Also, Jenny ist so professionell, sie schneidet die Tomaten nicht, sondern sie drückt sie. Und sie hofft, dass die Tomaten vorläcklinge Angst haben und sich alle verkleinern. Und hallo. Da sind wir wieder. Bei so einem nächsten Stream mit Chaos auf Deponia. Wir können jetzt endlich mal ins Lager der... Was war's? Der Rebellen? Und dort geheime Dinge tun. Das ist Babygold. Oh nee. Jetzt gab's hier den anderen Lager, Mann. Noch ein neuer Recruit. Endlich bekommt unsere Sache den ihr gebührenden Tue-Lauf und angemessene Aufmerksamkeit. Wie war das? Was bekommt ihr? Tue-Lauf. Und? Angemessene Aufmerksamkeit. Was ist denn so witzig? Aufhören. Nein, warte. Nicht aufhören. Kannst du mir mal verraten, worüber du dich hier so kaputt lachst? Bravo. Grandios. Aber mal im Ernst. Was ist das hier für ein Laden? Eine Art Zirkus? Ich suche nämlich eigentlich das Versteck des Widerstands. Und kein Kinderfasching. Du bist richtig hier. Genau. Fasching war letzte Woche. So, so. Was soll ein Plan sein? Da kann ich doch nur verächtlich lachen. Sie haben nicht mal einen Riesenadler reingemalt, der sie in letzter Sekunde von einem explodierenden Hochhaus rettet. Tja. Tja, ja. Eine tolle Truppe hat Janosch da zusammengetrommelt. Eigentlich hat er nicht wirklich getrommelt. Er ist auf seine Bongos gefallen. Und wir wollten nachsehen, was das für ein Geräusch ist. Die Bühne ist aufgebaut. Die Show kann beginnen. Eine tolle Truppe hat Janosch da zusammengetrommelt. Warum hast du sie nie benutzt? Tuschi. Habt ihr in nächster Zeit irgendwelche Aktionen geplant? Freitag ist Karaokeabend. Ich hatte eigentlich an Unternehmungen gedacht, die den Organon zum Sujet haben. Wie zum Beispiel ein Attentat auf Amtmann Argus. Gerade letzte Woche hat Janosch aufrührerische Flugblätter verteilt. Das ist zwar lahm, aber wenigstens ein Anfang. Ja, leider hat er nur eine Kopie gemacht und ich musste bei Garlef mit reinschauen. Da hat er ja tolle Blätter verteilt, ey. Oh, hallo Rufus. Bist du jetzt auch beim Widerstand? So bin ich. Immer zur rechten Seite am falschen Ort. Lass uns gehen. Dir passiert eh nichts von Bedeutung. Aber Janosch sagt, ich muss hier bleiben, um für die große Sache zu kämpfen. Und er ist immerhin der Anführer, weißt du? Was muss ich tun, damit du endlich mitkommst? Es tut mir leid, Rufus. Aber solange Janosch hier das Sagen hat, kann ich einfach nicht weg. Wie kann er das Sagen haben? Man versteht doch kaum ein Wort von dem, was er sagt. Ein wahres Genie kann man eben nie ganz verstehen. Ich hoffe, dir geht es gut, dir nicht. Aber es geht um deine Gesundheit. Wir müssen dein Implantat reparieren. Janosch sagt, wenn man für die gute Sache kämpft, muss man eben Opfer bringen können. So, und was ist sein Opfer? Er ist unser Anführer. Ich bin mir sicher, er würde für jeden von uns sein Leben geben. Wirklich? Auch für mich? Kann er das dann bitte sofort machen? Das wäre super. Ja, Janosch ist wirklich super. Janosch ist ein Trottel. Janosch sagt, man muss ein Trottel sein, um es mit dem Organon aufzunehmen. Dann ist er vielleicht überqualifiziert. Ich wäre ein viel besserer Anführer als Janosch. Aber Janosch hat den Masterplan. Janosch weiß doch nicht einmal, wie man das Wort Plan richtig ausspricht. Das liegt nur an seinem Zungenfehler. Er sagt, es handele sich um eine alte Verletzung, die nie richtig verheilt ist. Hat er zu viele Chili-Docs gegessen? Es waren 25 in 10 Minuten. So viel, was der Junge drauf hat hier. Ich bin viel leiser als die Hintergrundmusik. Aber ja, ich hoffe, es geht dir auch gut. Das ist schon wieder schön ordentlich hier. Das freut mich sehr. Dann machen wir doch mal. Können wir hier nicht lauter... Ne. Dann müssen wir erzählen, dass der Plan besser ist. Ich habe einen besseren Plan als Janosch. Wirklich? Janosch sagt immerhin, sein Plan sei der beste. Wie kann es denn da noch einen besseren geben? Das wirst du schon sehen. Ist das aufregend. Lauf nicht weg. Ich bin gleich zurück. Keine Sorge. Hier bei Janosch bin ich in Sicherheit. Ach ja. Immer dieses, wenn dein Crush irgendwie Dinge tut, die du nicht willst, dass es tut. Ja, ich glaube, da haben wir, dass der... Ja. Musik ist nicht leiser geworden. Hallo, Rekrut. Was gibst? Es heißt Rekrut mit K. Sag ich doch. Rekrut mit G. Ihr wollt eine Widerstandszelle sein? Für mich seht ihr aus wie ein Haufen Versager. Das mag dein erster Eindruck sein. In Wirklichkeit sind wir aber ein verwegener Haufen. Janosch, will dein neuer Freund auch einen Orangensatz? Nein, danke, Mama. Wo waren wir gleich? Bei eurer Verwegenheit. Ist ja auch egal. Wenigstens haben wir einen Plan. Und was ist denn dein Plan? Was ist denn dein Plan? Wir sitzen hier und diskutieren, essen Chips und beschweren uns über die Ungerechtigkeit der Unterdrückung durch den Organon. Und was genau wollt ihr damit bewegen? Bewegen? Wer sagt denn was von Bewegung? Naja, steckt das nicht irgendwie in diesem Wort? Untergrund Bewegung? Ach schon. Naja, ja. Wir bewegen uns ja auch. Die Bewegung rund um die Sonne und weg von anderen Kontinentalplatten ist damit nicht gemeint. Oh. Hm. Brr. Jo, hier ist alles gehört gut. Dein Plan ist Mist. Meine Güte, du kannst das Wort Plan ja nicht einmal richtig aussprechen. Wenn du einen besseren Plan hast, dann rausch damit. Ich bin hier, um Goal abzuholen. Unmöglich. Sie muss mir bei wichtigen Dingen assistieren. Hihihi. Bitte, was muss sie? Assistieren? Sperr doch mal die Lausche auf. Goal braucht dringend eine Operation. Im Widerstand muss man auch Opfer leisten. Und was ist, wenn sie einen bleibenden Hirnschaden davon trägt? Dann hat sie einen bleibenden Hirnschaden für die gute Sache davongetragen. Sind das etwa Pappschwerter? Was denn? Wir sind Batschi-Fichten. Gesundheit. Ich habe einen Plan. Pardon? Einen Plan. Ah, ein Plan. Ich klang irgendwie nach Plan. Aber wenn du einen Plan meinst, da bin ich sehr gespannt. Leg einfach deine Dias in den Dia-Projektor. Oh nein. Ich muss hier raus. Das Klo ist oben rechts neben der Haustür. Viva la Revolution. Schon. Aha, wie überlauft. Geiße, ich will nicht mehr. Hehehe. Und hallo, hallo Jedus. Oh je. Der Plan. Hm. Wie ist das hier Dauer auf Dunkel? Ach, so funktioniert. Süß. Wann bekomme ich ein? Hi. Ah, der Neue. Was gibt es? Warte mal, der jetzt Mitglied ist. Prima. Endlich jemand, der das Deck schruben kann. Das ist wirklich überfällig, nachdem wir fast eine Woche in der Weißen Bucht geankert haben. Die Weiße Bucht? Seltsamer Name. Wieso? Es gibt sehr viele Möwen. Wie ist das hier? Der Plan. Danke für den Hinweis, Elieto. Du hast vorhin ganz vergessen, wieder zurückzuwechseln. So. Dann. Ja. Aber wie war denn so deine Woche? Ich hoffe doch gut. Spielst du auch dieses Schnickschnack-Schnuck-Spiel? Klar. Leider habe ich heute meine Turnierfinger im Unterschluck. Ich komme auf. Was auch. Das muss Gulli was. Er scheint mir gar nicht, aber er ist ein Lausig. Hi. Ah, du schon wieder. Willst du jetzt endlich was bestellen? Ich hätte die ein oder andere Frage zu deiner Stammkundschaft. Schieß los. Wie war das gleich mit Bosos Freundin? Ich glaube, er hat was mit der Besitzerin des Waffenladens in Klein-Venedig am Laufen. Sie bricht keine Herzen, sie perforiert sie mit einem Repetierlaser. Und mit dieser Furie hat Bosos was am Laufen? Ich kann mir kaum vorstellen, wie das funktionieren soll. Finde ich mal, Omega. Das war's fürs Erste. War ja auch genug. So, was ist denn... Es ist spät. Komm wieder. Okay. Oh. Ich fände immer noch witzig, dass wir auszusehen diesen Tücken getoltert haben. Joho, Joho, unorganisierte Verbrecher, Joho! Okay. Hey, Donner! Irgendwelche Aufträge für mich? Tja, das muss leider warten. Ich habe meine eigene Mission. Ja, also so ein bisschen mehr als aus Versehen. Haben wir schon so ein bisschen mehr Absicht reingegrieben in die Sache, aber... Ähm... Der hat das bestimmt auch verdient. Ich will die beiden nicht stören. Moment mal. Was rede ich denn da? Hallo. Rufus ist wieder da. Verdammt. Irgendwie hören die mich gar nicht. Seltsam. Dass es nur kommen kann. Ausgerechnet der Spiel... Aber jetzt ist schon wieder so eine Stelle angekommen. Oh, warte mal. Äh, warte, warte, warte. Ich... Hatten wir nicht... Wir hatten noch Dias. Entließe ist die Aufstiegscodes nicht, aber wenn... Ich habe total vergessen, dass wir... Dass wir Dias hatten. Hey. Was wird denn das, wenn es fertig ist? Ich nehme die Sache jetzt in die Hand. Ihr wollt den Organ uns stoppen? Meinetwegen. Aber dafür braucht ihr auch den richtigen Anführer. Mit Mut, Charisma... Check. Check. ...einer einigermaßen verständlichen Aussprache. Check. Kurzum. Jemanden, der es zur Not auch allein mit dem Organ aufnehmen würde. Äh... Cowboy Dodo aus dem Kommunalfunk ist ganz charismatisch. Ich meinte mich, ihr Trottel. Bring mich nicht zum Lachen. Was qualifiziert dich denn bitte für so eine wichtige Verantwortung? Was schon? Ich habe einen Plan. Oh ja, oh ja. Eine Dia-Show. Das wird bestimmt super spannend. Sieht her und staunt. Oh, was ist denn das? Ein Bleck? Man kann ja gar nichts erkennen. Ein Symbol. Ein Symbol? Wie geheimnisvoll. Ich finde den Plan jetzt schon spannend. Regelrecht mystisch. Mit einem Hauch von Legende. Schnauze, Leibold. Was symbolisiert es denn? Es zeigt, was aus uns wird, wenn wir nicht umgehend handeln. Wow. Was für ein Schocker. Mit rhetorischen Tricks kennst du dich ja offenbar aus. Aber hast du auch irgendwelche Beweise für deine Behauptung? Und wie ich die habe? Hier. Was ist das? Das ist ein Organon-Sprengturm. Der finstere Fiskus hat solche Basen rund um den Planeten verteilt. Das ist beunruhigend. Ich habe Angst. Ich verstehe das nicht ganz. Warum sollte der Organon solche Türme bauen? Was ist der Zweck dieser Basen? Der Organon will Deponia in die Luft sprengen. Was? Aber bist du dir da ganz sicher? Hundertprozentig. Es ist wahr. Der Auftrag kommt vom Elysianischen Ältestenrat. Sie wissen nicht, dass Deponia bewohnt ist. Unfassbar. Aber was wollen wir dagegen unternehmen? Ja, gute Frage. Wir müssen eine Offensive starten. Wir müssen eine Offensive starten. Ein Angriff auf den Organon? Bist du denn des Wahnsinns? Wir wissen ja nicht einmal, wo wir zuschlagen müssen. Wissen wir doch. Äh. Das hier ist der Standort einer dieser Organon-Basen. Sie ist das Ziel unserer ersten Aktion. Wow. Der Mann ist wirklich gut vorbereitet. Ich dachte, es gibt hunderte von Sprengtürmen. Warum sollen wir ausgerechnet den da angreifen? Argus will hier eine Bombe... Zur Explosion bringen und dadurch den Lebensraum um das rostrote Meer unbewohnbar machen. Es gäbe keine Überlebenden. Diese erste Bedrohung abzuwenden hat also oberste Priorität. Wie schrecklich. Ich weiß gar nicht, was der Unschied ist. Wir müssen das um jeden Preis verhindern. Aber was dann? Was ist... Was ist mit all den anderen Bombentürmen? Wir haben noch einen Joker in petto. Die Aufstiegscodes. Bis hierhin hab ich alles verstanden. Kannst du das trotzdem noch mal kurz zusammenfassen? Ich mach das. Ähm, das musst du nicht, Janosch. Ich kann das auch machen. Nein, nein. Ich mach das schon. Oh, oh. Jetzt nur nicht lachen, Gofus. Zeig noch mal das erste Tier. Genau. Was war das noch gleich? Ein Organon-Sprengdurm. So ein Idiot. Oh, dabei war es gerade so spannend. Ich bin empört. Roll dich, du Strolsch. Oh, Mann. So ein Mist. Okay. Das heißt, wir müssen die Antworten so wählen, dass... Hey, haben wir uns hier ja schwammdurchwette und ergebenst du dich. Wovor reiste man ein Begangehörner wasch ist? Ein Tödel. Ein Irrtum. Das ist ein Tödel. Ein Irrtum. Ich bin noch gar nicht so naga. Shishu, ihr Woll-Woll. Aber das oder? Schnauz. Okay, nein, nein. Wir müssen... Also, Symbol war schon richtig am Anfang. Also, wir müssen jetzt halt bloß... Beim Sprengdurm aufpassen, dass er nicht Sprengdurm sagt. Ich bin noch gar... Hier, also... Symbol, ne? Eins. Ein Schimmig. Ich finde den Plan. Regelrei. Schnauz. Was Symbol. Es war Wadritoria und... Hier. Was ist... Eine Basis? Ja, eine Basis ist sicher. Das ist eine... Aha. Äh... Welt zerstören. Ähm... Planeten zur Explosion. Genau, das darf nicht. Erdball... Erdball ausradieren. Hm. Man muss jetzt schauen, anscheinend, welche Dings... Grufus vor allem wenigstens zum Lachen bringen wird. Debonia... Ja, nee, jetzt lassen wir... Welt zerstören. Welt zerstören oder Erdball ausradieren? Erdball ausradieren. Ja, okay. Müssen sie wehren? Müssen sie angreifen? Müssen sie angreifen? Ich glaube, wir müssen sie angreifen. Funktioniert. Wir müssen sie so so. Äh... Lage und dadurch den Lebensraum, um das Meer zu einäschern, entvölkern. Die Aufstiegsguts, Daten im Großimplantat, das geheime Wissen im Großimplantat, ich glaub das hier. Wir haben noch ein bisschen. Kannst du das trotzisch? Mach das. Ähm, das muss ich, kann das. Nein, nein, ich mach. Oh, oh, jetzt zeig nochmal das Erd. Genau. Eine Organon-Basis. Der Organon will den Erdball ausradieren. Wir müssen sie angreifen. Wir müssen sie angreifen. Okay, nee, okay. Er hat es schon sein. Okay. Okay, angreifen, nicht gut. Ach, nee, jetzt ey. Die Zeit, Abra. Also hier, Symbol. Ein, ein, ich rech. Und, blablabla. Hier. Was? Die Organon-Basis war richtig. Ähm, will die Welt zerstören, den Erdball ausradieren, war auch richtig. An, äh, wir müssen es wehren. Offizifisch starten. Wehren. Sag mal, wehren. Lage. Ich. Ich. Ar. Ähm. Ich glaube, hochgegangen, aber. Wir haben noch einen Trump. Ach, nein. Jetzt mache ich da ausschließlich glücklich. Oh, ja. Ein, der, ihr. So, und. Die Lage an. Argo sind fast durch. Wir. Ja, gu- Jetzt hätte ich es fast gehabt. Roll die Stuhl rein. Ah. Okay, noch ein. Ah. Da wünsche ich, dass wir schneller skippen. Also besser skippen könnten. Schei eigentlich nie auf. Ein letztes Mal, Okra. Symbol. Ein Schimmig. Ich finde Schnauz. War Symbol. War was dritt, aber und wie. Hier. Was ist da? Organe und Basis. Der Orgas. Ja, ok. Viren. Wir müssen so so. Lage. Ich erinnere. Argus will hier. Hochgehen lassen. Aber was machen wir mit? Wissen in Ghost Gehirn. Wir haben noch ein. Bisschen. Geschmack. Ähm. Ich knisch. Oh, ja. In einer der Ehe. So weit, so gut. Und was ist da? Die Lage ein. Argus will hier eine Bombe hochgehen lassen und dadurch den Lebensraum um das Meer einäschern. Sind fast durch. Wir haben aber noch ein Ass im Ärmel. Das geheime Wissen in Goals Gehirn. Ihr habt alles verstanden. Bravo. Das ist ja alles schön und gut. Aber was bringt uns das? Zur Zeit befindet sich ein elysianischer Inspektor namens Cletus hier auf Deponia. Goal hat ihn begleitet. Darum ist sie überhaupt hier. Mit ihren Codes lässt sich das letzte Hochboot in Porta Fisco aktivieren, das sie zurück nach Elysium bringen soll. Wir müssen Elysium davon in Kenntnis setzen, dass Deponia bewohnt ist. Darum werde ich Goal nach Elysium bringen. Aber natürlich. Ihr könntet versuchen, den Ältestenrat umzustimmen. Wenn sie erfahren, dass Deponia bewohnt ist, werden sie die Sprengung abblasen. Aber warum solltest ausgerechnet du nach Elysium gehen? Weil ich dem Inspektor zum Verwechseln ähnlich sehe. Das kann doch gar nicht sein. Ist aber so. Rufus und Cletus könnten Zwillinge sein. Ein merkwürdiger Zufall. Es kommt noch besser. Argus Kreuzer hat an dem besagten Sprengturm angelegt. Seine Mission ist es, Cletus und Goal zum Hochboot nach Porta Fisco zu bringen. Während des Angriffs können Goal und ich das Chaos nutzen, um Cletus zu überrumpeln. Ich werde dann seine Stelle einnehmen. Was sagt ihr? Seid ihr dabei? Das klingt sehr riskant. Aber es ist unsere einzige Chance. Gibt's noch irgendwelche Fragen? Bitte keine mehr? Ja. 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 Ein Hochauf Ruwus. Unsere neuen Anführer. Ui. Yay! Ja, war doch jetzt einfach. Ja, danke. Ich bleibe am besten hier, bis du die anderen beiden überzeugt hast. Ich muss gestehen, dass ich ein bisschen eifersüchtig bin. Ganz schön schräg irgendwie. Oh. So. Ah ja. Goal kann schon sehr knuffig sein. Ja, da hast du recht. One hug. Okay. Tun tun. So, jetzt ist das noch die Frage. Wir haben jetzt dieses Wasserrausschnabel. Achso, warte. Können wir das eigentlich nicht? Meine Sachen sind tatsächlich. Aber warum sollte ich? Es ist ja nicht so, dass ich... Ich würde ja gerne das da einfach umschrauben. Und dann als Kanone verwenden. Lätikol. Ich finde witzig, dass der Ju-Box-Werk immer noch reingeschlafen ist. Eiho. Willst du Hacker? Na komm schon, sing doch, mei. Die Mama Sua. Okay, das ist ein Anzeigefehler. Hm? Du gibst wohl niemals auf. Ja. Damit muss man halt leben, wenn man mich kennt. Wie mit der ständigen Angst vor gefährlichen Körperverletzungen. Hm, genau. So schlecht auf mich zu sprechen? Wie kommst du denn darauf? Du hast mich entführt, mir eine schwere Kopfverletzung zugefügt. Ich habe es anders in Erinnerung. Du leidest offenbar an Wahrnehmungsstörungen. Du meinst, in Wirklichkeit bist du gar nicht sexy? Halte dich einfach von mir fern, verstanden? Warte hier. Ist das ein Versprechen? Natürlich. Gut, das erhöht die Chance, dass du weg bleibst. Eine klasse Frau. Okay. Jetzt müssen wir... Jetzt ist die Frage nur noch, wenn wir jetzt hier noch belügen. Genau, da ist ja jetzt dieses Flug-Schnabeltier. Das versuche ich erst. Meine Sachen riechen schon genug. Und... Irgendwas Nützliches muss ich... Ein Kescher für... Das heißt, ja. Ich brauche jetzt nur noch einen... Ich brauche einen Stock. Oh, wie komme ich... Achso, warte mal. Gibt es denn vielleicht im... Im Rebellenversteck noch irgendwelche Stuff, was ich mitnehmen könnte? Ich muss... Vielleicht hast du tatsächlich das Zeug zum Rebellenführer. Normalerweise arbeite ich allein. Aber da ihr eh total unnütz seid, dürfte der Unterschied nicht so groß sein. Und was ist mit Tod dem Organon? Das ist doch eure Forderung, oder nicht? Genau. Tod dem Organon. Tod dem Organon. Wie wollt ihr das denn jemals hinbekommen? Wollt ihr sie zu Tode langweilen? Wir haben eine Petition gestartet. Wenn wir genug Unterschriften zusammenbekommen, kommen sie unserer Forderung vielleicht nach. Krag dich am besten gleich ein. Du wärst schon der Dritte nach mir und Dr. Flammkuchen. Das ist mein Pseudonym. Warum hat Garlef noch nicht unterschrieben? Ich unterschreibe nie etwas, was ich mir nicht vorher gründlich durchgelesen habe. Verstehe. Hm. Ich muss zugeben, dein Plan gefällt mir. Du wirst einen guten Anwürer abgeben. Ich muss hier... Das Klo ist oben rechts neben der Haustür. Viva la Revolution. Viva la Revolution. Viva la Revolution. Ja, ja. Oi. Ach Mist. Wir wollen immer noch... ...ein Stock für unseren Casher. Und ich sollte tunlichst viel daran tun, dass wir... ...nicht anfangen. Achso, warte mal. Oh, warte. I think I know what to do. Hey Angela, guck mal, was ich hier habe. Schau mal her. Ist das nicht ein Prachtexemplar? Was zum... Hast du den etwa gefangen? Sieht so aus, was? Beim Klabautermann. Vielleicht habe ich dich unterschätzt. Wie ist das nur möglich bei deinem Mangel an Anglerglück? Was ist dein Anglergeheimnis? Hm. Ich benutze einen Spezialköder. Ha. Jetzt behauptet er auch noch, er habe einen... Moment. Köder sind wichtig. Und irgendwo mit musst du den Rasiermesserfisch ja gefangen haben. Hast du am Ende tatsächlich einen Spezialköder? Willst du mich etwa einen Lügner nennen? Nicht, wenn du mir deinen Köder zeigst. Hm. Was bekomme ich denn dafür? Na ja, ich kann dir einen Tigerfisch anbieten. Einen schmöden Tigerfisch gegen meinen Super-Spezial-Köder? So, hast du sie noch alle? Dann eben nicht. Eben wohl nämlich nicht. Jawohl. Ist mir doch egal. Wenn du irgendwann einen Tigerfisch willst, bring mir deinen Spezialköder. Ansonsten... Kusch. Äh. Kann man hier mal... Was soll das denn? Was schon? Mein Spezialköder natürlich. Hm. Das sieht tatsächlich nach einem echten Köder aus. Na gut. Vielleicht weißt du doch, wie man angelt. Du kannst dir einen Tigerfisch nehmen. So. Hey, bleib stehen! So ein Käse. Ist das dein Ernst? Du kannst nicht mal einen Fisch fangen, der bereits an Land liegt? Ich wollte ihn gar nicht nehmen. Er litt an Epilepsie. Was auch immer. Behalte deinen Köder, bis du wirklich einen Fisch willst. Ansonsten verzieh dich. Aber ich will den Fisch doch. Warte mal, probieren wir es nochmal. Was soll das? Was soll das denn? Na für Luke. Wie bekomme ich denn ihn? Hallo? Hier zwei. Äh, wie kann ich denn bekommen? Hä, was? Was soll das? Das ist schon mein Spezialköder. Ich bin nämlich sehr bist du zum Angeln und mit einem Minimum. Hm. Ich muss meine Sache. Ich will eine Gehirnoperation vorbereiten und keine Eis. Oder wofür auch? Ähm. Hm. Das sieht gut praktisch. Weil ich will einen Tigerfisch. Aber er gibt keinen. Was war es noch gleich? Ach ja, ein Gehirn. Die willig sind's. Kein Vergleich. Hm. Was soll das denn? Ach schon. Mein Spezi. Ich bin nämlich sehr wohl ein. Bist du zum Angeln braun? Und mit einem. Ich hätte schon fast alle. Schade. Ich würde den nämlich jetzt wieder vorgaukeln, dass das hier mein Spezialköder ist. Ich will eine. Oder wofür? Weil rein prinzipiell soll ja der Dinger einfach nur in den, ins Ei beißen und es dann. Damit der das Ei geschnitten kann. Wasser schnabelt im Maul von Lebendigen. Ach so, nein. Hier steht außerdem, dürfte schwer sein. Okay, nein. Zebrafische. Das heißt, ich muss den Tigerfisch in den Zebrafische verhandeln, indem ich ihn weiß anmale. Entschuldigung. Ich werde dir wie ich fühle es lieb. Okay. Die Frage ist aber bloß, wie bekomme ich jetzt diesen Tigerfisch? Ich meine, ich kann ja nicht mal was tun. Und er springt einfach weg. Ich hätte schon fast. Keine Ahnung. Schau mal, ist. Was hast du? Sie beim Kli, ist das? Ich locke die Fisch. Das ist genauso gelb, wenn du mir dein Anglergeheimnis nicht verra... Ich benutze eine Pe... Und wenn du mir dein Angler... Ich benutze auch See, wenn du mir dein Ang... Das nennt man niemals. Ich erkenne einen Pe... Wenn du mir dein Angler... Es liegt an... Die ist zwar wichtig, ein richtiger Angler ist so laid back, dass er ohne Klappstuhl nicht aus dem Haus gehen kann. Wenn du mir dein Anglergeheim... Ich bin ne... Ha! Mö... Köders und Irgenastorm. Willst du mich etwa ein... Nicht, wenn du mir... Hm. Na ja, ein Schaar. Anheben, eben, wuff. Wenn du irgern so... Kusch. Ich will dir meinen Spezialköder zeigen. Was soll das denn sein? Was schon? Mein Spezialköder, natürlich. Ich bin nämlich sehr wohl ein Angler. Bist du ne... Zum Angeln braucht man ne... Und mit einem Minimum an Gehirn wüsstest... Hm. Laut Fibelbrütenwasserschnack... Ich würde zwar wetten, dass ich das doch irgendwie... Aber ich lasse es lieber nicht... Da steht, es gibt nur... Halt kann ich einen... Oh Junge, ich... Die kann man bestimmt noch... Meine Sachen sind... Aber weiß ich ja nicht... Hm. Schwierig. Ich... Es fühlt sich schon wieder so ein bisschen an, als wäre es stuck. Die Map. Ja, sie wird komplizierter und komplizierter. Ich verstehe überhaupt nicht, was überhaupt die, warum. Ja, ursprünglich wollten wir einfach nach... Elysium. Mit Gold. Ja, blöd. Ging aber nicht, weil... Und dann... Mh... Mh... So... Genau. Und ursprünglich wollten wir einfach nur Babygold... Damit beeindrucken, dass wir... Teil der Rebellenbewegung sind. Und da hatte sich in den dummen Janosch... Äh... Verguckt. Nein. Ja. Ja, aber nicht Janosch. Äh... Falls der Janosch aus meiner Firma jetzt gerade zuschaut... Ich meine nicht dich, keine Sorge. Du bist cool. Naja, er weiß, wer welche der Freundinnen sich in Janosch geknallt. Hm. Dann redest du aber auch nicht mehr so. So, ja. Bin gleich wieder da. Dann bist du gleich. Da, 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 da... Der Müsse ist locker. Oh, schön. So, das Problem ist jetzt, ob er... Das weh. Jetzt, ähm... Von dem Typen eigentlich... Ja, ich will ja... Hm. Ich glaube, wir brauchen... Ich hätte jetzt eigentlich gehofft, dass wir von ihm... Diesen Kescher bekommen. Also, dass die von ihm die Angrote bekommen haben. Aber das bekommen wir halt nicht. Das heißt, wir brauchen eine andere Möglichkeit... Irgendwie eine Angrote zu produzieren. Aber... I have no fucking clue how. Und das Ding ist, ich habe immer noch diese vergammelten Pillen. Ich weiß nicht, was... Die bringen mich doch glatt. Aber woher bekomme ich einen abgelaufenen Neurotiker? Ja, eine gute Frage. Ähm. Willkommen beim Für-Heil-Praktisch. Üis. Üis. Bei meinem Augenmaß und... Ich würde es schaffen. Pff. Der Flagomat raspiert. Okay, dann gibt's keine Fusen mehr für den. Dann muss ich gleich die Schnabeltierge, wie du das hiel. Versprich mir nur, das nie zu spät. Ich hab bereits Deal gesagt. Nicht weglauf. Wer geh's denn? Er zieht nicht mal bar. Sein Vater geht mir echt auf den Sack. Finger weg, ich wollte sie. Ich sagte, oh Mann. So weit, so gut. Jetzt muss ich es nur noch. Erd-Schnabeltier ist wohl vorerst von der Speisekarte gestrichen. Tja, ich bin nun mal ein unverbesserlicher Tierfreund. Mhm. Ich weiß was, wir gehen jetzt nochmal in den Hafen und reden hier nochmal mit Goal. Und zwar aber mit einer uns wohlgesonnenen Baby-Goal. Da war ich wohl wieder, hab ich was verpasst. Nicht wirkt. Wie schön. Oh, Rufus, kommst du voran? Ich habe Schwierigkeiten, Lady Goal zu überzeugen. Nimm es ihr bitte nicht übel. Sie mag nach außen hin abweisend wirken. Aber in ihrem Inneren ist sie genauso verletzlich und unsicher wie der Rest von mir. Sei einfach nett zu ihr. Lad sie zum Essen ein oder so. Hey, das könnte tatsächlich klappen. Ich meine, da wäre ich auch noch von selbst drauf gekommen. Oh, tut mir leid. Ich bin immer so unnütz. Mach dir keine Vorwürfe. Krawall-Goal hätte ich schon mal überzeugt. Oh, wie schön. Jetzt fehlt nur noch Lady Goal und ich bin wieder komplett. Es ist irgendwie schräg, mit einem Drittel deiner Persönlichkeit über die zwei anderen Drittel zu reden. Haha, stimmt. Das ist sogar ganz schön verrückt. Ich schaff das. Ich glaub... Mhm, 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 mhm. Problem ist, die können mir halt alle nicht helfen, irgendwie einen Kescher zu bauen. Das Ding ist, gefühlt war ich schon überall. Laut Fiebel ist das hier die Brutstätte der hiesigen Wasserschnabeltier-Kolonie. Hier findet der eingeweihte Schnabeltier-Freund die Zutaten für diverse kulinarische Köstlichkeiten. Zumindest, solange es unbewacht ist. Hm. Hm. Juhu. Ah. Ich würde... Oh, das ist... Was soll's. Mach so. Ich... Mist. Für mich ist jeder da. Ihr seh... Sprich. Ich glaub ich muss mal wieder nachschauen, wie ich dann... Und hätte mal jemand einen Tipp. Weil ich sitz hier irgendwie schon sehr auf dem... Ich mein, wir können ja nirgends... Es gibt ja nicht mehr viele Orte, wo wir hingehen können. Ich mein, kleine Venedig ist total unnütz. Ich find mir gar nix. Nix nützliches. Beim Waffenladen ist auch nix mehr nützliches, weil die beschäftigt sind wie nur... Hallo. Es. Achtung, Achtung. Käpt'n Boso. Ich will Käpt'n Bo... Hehehehe. Jawau. Wobei, so können wir nur in dieses Rohr reinrufen, oder? Ja, mit dem anderen Rohr kann man gar nicht interagieren. Hehehehe. hier drin ist auch nix sind alle unnütz dieser platzchen und eine menge dieser platzchen und eine menge der omega gibt mir einfach tippen weil das ding ist halt also ich fühle mich gerade ein bisschen hier verarscht weil gefühlt war ich schon überall gefühlt habe ich alles gemacht was ich machen hätte können und ich kann keine kann nichts der dinge die ich hier habe irgendwie irgendwas nützlich ein cash das sollte mal daraus geht es plötzlich nach uff gefühl habe ich das vorhin schon mal probiert aber okay auf geht's mein schnabeliger freund es gibt ein nest zu bewachen flug schnabelt hier so und jetzt haben wir auch einen casher vielleicht können wir jetzt dann eigentlich haben wir den casher noch natürlich haben wir den casher nicht mehr uff weil jetzt ist wieder die frage wie komme ich dazu dass dieser dass ich hier diesen fisch bekommen weil wenn ich jetzt hier wieder meinen köder zeige das war das ist so süß ja was soll das das schon mal schnabelt was ich kann ja noch nicht mal was nein nein das ding ist also jedes ei wird auf eine spezielle art und weise ausgebrütet zum beispiel das flug schnabelt hier ist wohl vorerst von der speisekarte gestrichen genau das wurde ursprünglich ausgebrütet indem es einfach vom höchsten punkt irgendwie abgefeuert wird hier siehst du zack erst schnabeltiere werden ausgebrütet indem sie im gebrunnen boden sind feuer schnabeltiere werden ausgebrütet im feuer und wasserschnabeltiere werden im mund eines zebra fisches ausgebrütet das problem ist ich habe hier ja nur tiger fische und das zweite problem daran ist dass ich diesen tiger fisch nicht in die hand bekomme you remember nice weil das ding ist ich kann hier also hier ist auch irgendwie gefühlt kein das habe ich mir bereits das habe ich mir kann ich dir irgendwie die vergammelten pillen noch okay jetzt habe ich endlich mal ein ort für sie scheiß viel gefühlt was soll das denn das schnabelt okay fängt er mir jetzt diesen fisch ha bravo herr kollege und jetzt gibt mir den köder ich weiß nicht es ist ein ganz schön mit krieger fisch und ein ganz schön großer köder aber na gut wollen wir mal nicht so sein okay gut endlich wir haben jetzt also den fisch eingeschläfert auch praktisch laut fibel brüten wasserschnabel zu spät ist schon tot ich muss meine sache ich will eine oder wofür auch so kann ich den fisch auch nicht wie egal ich finde aber natürlich könnte den armen fisch durch ein paar gezielte stromstöße ins leben zurückrufen endlich zahlen sich die vielen stunden unter dr gismus defibrillator aus rufus was tust du denn da draußen für sofort auf damit energieflust sprengt die skala der raum beginnt sich bereits zu krümmen einen moment noch komm schon fischbärte lebe ha 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 Sollte ich aber zusehen, dass ich den Fisch irgendwie ins Wasser bekomme. Sonst wird er nicht lange Freude an seinem neuen Zombie-Dasein haben. Okay. Aber hier ist der Wasser klar. Halte durch, Frankenfisch. Ich muss meine Säge. Ich will eine Gute. Oder wofür? Alter, kann ich den nicht... Halte durch. Okay. Äh, das Wasser gilt nicht. Achso, warte. Ich hab da drüben noch Wasser. Hm? Was zappelt da denn so? Oh, oh. Franken, jetzt sollte ich aber zusehen, dass ich... Das Zappeln hat auf. Das heißt dann wohl... Okay. Probieren wir das doch nochmal. Aber na, ich kann... Oh, hör her, komm. Niemand soll den Typus verändern. Ja. Was auch es war, jetzt sollte ich uns bitte. Ist das Säure oder Wasser? Säure. Was? 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 Ist das Säure? Ist das Säure? Säure. Okay. Hm? Was? Oh, oh. Jetzt sollte ich... Das Zappeln hat auch das Heiß. Okay, das heißt innerhalb von zwei Screens. Das heißt... Ist am Marktplatz irgendwas? Nee. Also... Zum Waffenladen. Oder kann ich ihn hier einfach nicht ins Wasser reinwerfen? Hm. Und willkommen zurück, Sophia. Nicht nötig, ich habe alles. Es ist zeitlos, Minus. Für den Laien der Profi, weiß er. Aber na, ich kann. Okay. Obvious, aber... Ich bin ein bisschen schade, dass ich nicht einfach hier in dieses Wasserglas reinstellen kann. Halte durch, Frank. Was versuche ich? Meine Sachen rie... Warum steht eigentlich in... Wie Cayenne oder Ratten? Ja, weil also... Ich hätte jetzt gedacht, ich packe einfach Zucker in dieses Wasser. Da ist das Süßwasser. Und dann packe ich den Fisch in dieses Wasserglas. Easy. Okay, geht nicht. Da hat es auch hier in Doc's Office... Äh... Dieses Ding hier nicht funktioniert. Hm? Was? Zappo-oh. Jetzt sollte ich aber zusehen. Ich habe keine Ahnung. Die gehen doch immer. In den Ofen. Oh nicht. So hervorragend sich dies hier. Außerdem hoffe ich. Ja, das Problem ist, wenn ich jetzt einen Screen weitergehe, ist es aus. Huck, da ist er jetzt tot. Das Zappeln hat... Das heißt dann wohl, ich hatte mal... Das heißt... Hier müsste ich eigentlich... Ich kann auch... Tipp geben. Weil das Ding... Ansonsten käme ich halt auch hier auf die Idee. Kann ich hier Wasser reingeben? Ich komme darauf zurück, wenn ich ein paar... Ne, kann ich hier Zucker reingeben? Ich komme darauf zurück. Das muss nicht... Auch wenn er schon... Äh... I wish Cookie... Das kann Doc ruhig mal... Weil das Ding ist... Es ist halt wieder so... Also hier ist er so krass limitiert, was ich alles tun kann. Kann ich ihn einfach in die Farbe werfen? Probieren das jetzt einfach. Aber natürlich... Wir werfen den Fisch in die Farbe. Das ist quasi Wasser. Hä? Ja? Was auch er jetzt sonst bitte? Das sollte reichen, sonst habe ich am... Schneelepornfisch. Okay, soviel dazu. Hm? Oh, oh, jetzt sollte... Genau, also... Hier oben. So hervorragend ist es hier außerdem. Ich will ja keinen Bratfisch. Ach so, oh. Das zappeln das. Okay, eine... Was passiert, wenn ich den Frankenfisch... ...mehrfach hier elektrodisiere? Aber nach dir... Ich lasse... Hey Trick, vielen Dank für den Reset. Was auch immer da es war, jetzt sollte ich uns retten. Lebe! Nö, wir können nicht weiter leben. Monatlicher Winker. Und damit sind wir jetzt wieder bei 50. Anscheinend war es tatsächlich auch wieder nur ein Reset ab. Deswegen sind wir weiterhin nur bei 49. Oh, je, 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 je. Für den Laien sieht der Profi, weiß aber, dass der Laie ja ein Idiot ist und lieber nach Hause geht. Nicht nötig, aber alle... Nee, haben wir nicht alle Zeit. Ich habe scheinbar zu viel Zeit, dass ich schon anfange. So, jetzt ist es wieder so angenehm knapp wie immer. Das ist jetzt die Frage, haben wir jetzt länger Zeit? Nee, wenn du anzappst... Hm? Was? Oh, oh. Jetzt sollte ich aber... Nee, ich habe jetzt damit auch nicht länger Zeit. Hm. Okay. Das Zappers heißt... Hm. Nee, nee. Das ist schon wichtig, dass du da weiter Reset hast. Ansonsten fallen wir ja unter die 49. Kennst du das jetzt noch? Dann eine Frage. Habe ich... Die Lösung weißt du aber nicht mehr. Okay. Nick. Fehlt mir etwas für die Lösung? Das ist jetzt die Frage. Wenn mir etwas fehlt, dann ist es doch ziemlich dumm, jetzt hier weiter versuchen, irgendwie nach Lösungen zu suchen. Ähm. Naja. Mir fehlt nichts. Oh je. Ein wenig mehr Power kann hier... Spiel nicht an den Gehör... Wenn du nicht auf... Mecker, mecker, meck. Ein Wurmloch. Die Lösung ist banal. Ein wenig mehr Power... Wenn du nicht auf... Mecker, mecker. Immer wenn er sagt, dass die Lösung banal ist, ist es hier echt blöd. Meine Sachen sind tatsächlich aber wahr. Es ist ja nicht. So kann ich den Fisch auch... Egal. Ich. Zu spät ist schon... Warum steht Vieh oder Rappengift? Banal oder Banane? Ja. Vermutlich einfach ja. Ein wenig mehr Power... Spiel nicht an den Geräten, wenn du nicht aufpackst. Mecker, mecker, mecker. Das ist schade, ist ja, dass dieses Wurmloch nicht weiter entstehen bleibt. Ich mein... Oh, hey, hey, komm. Oh, voll. Ja. Ich mein, wir machen das ja wieder aus. Was auch immer das es war, jetzt sollte ich ja sonst wettern. Ob da wohl s... Spiel nicht an den, wenn du nicht aufpackst. Das ist Techno-Sowasser. Hm. Ich habe scheinbar zu viel Zeit, dass ich schon anfange. Ich habe schein... Okay. Ähm. Dann, Nick, gib mir doch mal ein Zier. Gesundheit. Gesundheit. Halt kann ich ein Zwo jung. Meine Sachen sind aber wahr. Es ist ja nichts. Das Versuche eines. Warum steht ein Fiek oder R? Ich... Ich muss den Fisch wohl erst ins Wasser bringen, bevor... Haltet du... Ach, nö, jetzt ernsthaft? Das ist es? Uff. Wie dumm ist das denn? Warum kann ich nicht davor? Hm? Was zappelt da denn so? Oh, oh. Frank, jetzt sollte ich... Halte durch, Frankenfisch. Hehe, putzi. Aber jetzt sollte ich mich beeilen. Ich muss ihn irgendwo hinbringen, wo er in Ruhe brüten kann. Okay. Aber die Frage ist jetzt immer noch... Ähm... Marktplatz? Waffenladen. Die Frage ist halt, wie weit ich dann immer noch komme. Probier's mal zum Waffenladen. Für den Laien sieht das hier auch der Profi. Nein. Hm? Was? Oh, oh. Jetzt sollte ich... Halte durch. Ah, okay. Jetzt ist es zu verlegen. Hehe, aber jetzt... Ich muss ihn... Er ist unsterblich. Ach, nö. Jetzt ist das... Das ist das. Oh, je. Ja, von wegen, dass wir uns jetzt... Okay. Hm? Was zappelt? Jetzt sollte ich... Halte durch. Jetzt müssen wir den einfach... Hehehe, aber jetzt soll ich... Ich muss ihn irgendwo... Können wir den einfach in das Goldfischglas reinwerfen? Rufus, versuch nicht mehr... Ich muss ein Fischleben retten. Ähm... 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 Pfff... Komm zu, Papa. Bitte, was? Was? Yes, I know. I, ähm... Ich bin hier. Das Rätsel war Stier. Schnabeltier. Bitte, was? Nein, nee, kein... Was ist denn das für ein fucking Monster? I have no idea. Ist das Wasserschnabeltier? Auf geht's, mein schnabeliger Freund. Es gibt ein Nest zu bewachen. Hehehe, schon irgendwie drollig. Wasserschnabeltier ist wohl vorerst von der Speisekarte gestrichen. Nom-intensive eyes. Oh, Mann. So. Dann drücken wir hier mal auf die Klüggel. Einen Augenblick, bitte. Was kann ich denn für Sie tun? Ich hab keine Ahnung, wer der Voice-Aktar ist, aber... Wir hätten jetzt lieber gleich zwei Rott verfüttern sollen. Nix, da wir brauchen das Wasserschnabeltier. Ich hätte gerne einen Tisch für zwei Personen reserviert. Für zwei? Einen Moment. Ich glaube, wir haben ein zweites Opfer. Wie soll ich vorgehen? Orton-nominem. Has-ur-modena. Kon-fuginos. Li-omon-fadamon. O-bestellung. Oh. Na, dann sag ich ihm das so. Hier ist der Kunde wirklich noch König. Wir können leider für heute keine Reservierungen mehr annehmen. Der einzige freie Tisch ist für Stammkunden reserviert. Das ist ja unpraktisch. Das ist ja unpraktisch. Ein guter Service. Äh, aber hätten wir jetzt nicht zu langsam dürfen... Hä? Ich dachte, wir hätten jetzt reservieren dürfen auf Seagas Namen. Okay. Vielleicht müssen wir nochmal mit dem Papa schwätzen. Hier den Lappen. So. Hey, Dad. Och, was ist denn jetzt schon wieder? Siehst du nicht, dass dein Eier... Ich hab' es geschafft. Die Speisekarte im Shee-Schlumpi ist schnabeltierfrei. Das hat aber ganz schön lange gedauert. Musstest wohl erst einmal schnabeltiereier suchen, was? Ja, genau. Allein die Vorstellung ist zum Todlachen. Wenn ich dann jetzt bitte den Tisch reservieren dürfte. Nein. Nein? Zu einem Date gehört mehr als ein gutes Essen und ein schöner Ausblick, Rufus. Nein? Wie in... Nein, meine Suppe esse ich nicht? Du musst die Lady auch mit deinen Manieren beeindrucken. Immerhin reden wir hier von einer Illusianerin, richtig? Ich habe eine Brandblase, zwei Frostbeulen und mehrere Schnabeltierbisse und du sagst nein. Wie wäre es mit einem Gedicht? Äh, links die Blase, rechts die Beulen. Noch nicht fertig, muss gleich heulen. Nicht für mich, für die Lady. Irgendwie bezweifle ich, dass ihr das Gedicht gefallen würde. Ich sehe es bereits vor mir. Der Sonnenuntergang glitzert magisch im Champagner und wirft Reflexe in ihr güldendes Haar. Es ist mehr so orange. Schlumpi serviert das Dessert und dann rezitiere ich das Gedicht. Du meinst, ich rezitiere das Gedicht? Ja. Natürlich, du. Also, bist du geübt in den lyrischen Künsten? Töne. Absolut. Ich habe zwar meine Hupe nicht dabei, aber das passt schon. Kein Grund zur Sorge. Ich bin ein Meister der Poesie. Ich muss mir nur noch ein paar Gedichtbände durchlesen, bis ich die passenden Verse gefunden habe. Ach nö. Das dauert doch ewig. Geduld ist die wichtigste Fähigkeit des Romantikers, Hofus. Kein Gedicht, keinen Tisch. Verstanden? Von wegen. Ich habe lange genug auf diesen senilen Esel gehört. Die Sache mit dem Gedicht löse ich auf Rufusart. A la Rufuse. Mit einem weiteren brillanten Manöver. Ich weiß jetzt, mit welchen Worten ich Goal beeindrucke. Mach dich nicht lächerlich. Zu spät. Schlimmpunzel, Schlimmpunzel. Seine Haare sind wie die Blumen, nur ohne Stängel. Ich bin hier, du bist hier, Schnabeltier. Ich bin hier, du bist hier, Schnabeltier. Lass das mal lieber Papa machen. Ein Müllsammler aus Porta Fisco traf einst eine Frau in der Disco. Sie tranken und tanzten. Das Ende vom Ganzen verrate ich nicht, weil wegen ist so. Schlimmpunzel, Schlimmpunzel, Ringe, Range, Runzel. Deine Haare sind wie Blumen, nur ohne Stängel. Wie wär's mit uns beiden, gefallener Engel? Ich wette, das hast du damals beim Topf. Du hast drei Tage gebraucht, um den Heimweg zu finden. Und zwei weitere Jahre, um die Wettschulden bei mir abzustottern. Ich hasse den Vater. Just, just, for your information. Total, ich fand die Gedichte richtig gut. Hat mich richtig beeindruckt. Hättest du dir mal sowas Gutes zum ersten Date gebracht, ey. Ja, stattdessen hab ich nur gesagt, du fährst nicht mehr weg. Das hat's nicht mal gereibelt. Ich war so enttäuscht. Ich hab ja geblieben, bist du. Und wir kommen auch. Also zu mir hier in der Wohnung. Was hast du denn gemeint? Hust, hust. Aber was anderes bin ich bei uns zum ersten Date nämlich sonst gar nicht. Aber was anderes bin ich bei uns zum ersten Date auf jeden Fall nicht. So. Nicht weg, vergisst er zieht nicht. Muchen wir in der Topf Lauf oder der Sehfahrer. Der hat Dated Gold am Ende selbst. Öch. Wenn er das anfängt, gibt's voll auf die Fresse, ey. Und der Schnabel platt das Schwänzchen, hättest du Lust auf ein Tänzchen. Dein Anblick ist mir ein Pläsier. Dein Atem riecht nach Schnabeltier. Willst keine Bissspuren, du im Zwieback? Nimm kein Schnabeltier zum Biwack. Und der Schnabel platt das Schwänzchen. Ja. Mhm. Das bestimmt. Stattdessen. Seinem. Seinem. Hey Dad. Was ist denn süß? Ich weiß ja, mach zu spät. Ich weiß, dass er so hast und zwei. Nicht wegbegiss erzieht. Ich kenn's doch. Achso, ich kenn den Dichter. Ah ja, der Dichter da unten. Klopf, klopf. Hm, du schon wieder? Du kennst dich doch mit Poesie aus, oder? Ich wäre ein schlechter Dichter, wenn es nicht so wäre. War das jetzt ein Ja oder ein Nein? Sag jetzt nicht, dass du meine Hilfe bei einem Gedicht brauchst. Ich brauche deine Hilfe bei einem Gedicht. Nein. Aber es ist für eine Frau. Und das Wichtigste ist, dass es von dir kommt. Ist es nicht auch wichtig, dass es sich da so reimt am Ende? Nicht unbedingt. Und Metrik? Was ist mit Metrik? Hauptsache, es kommt von Herzen. Versuch's mal. Deine Haare sind wie Blumen. Nur ohne Stängel. Wie wär's mit uns beiden, gefallener Engel? Ist doch gut. Es reimt sich. Die Botschaft ist klar. Die Metaphern gut ausgesucht. Und es kommen sogar ein paar romantische Schlüsselworte drin vor. Bravo. Ich glaube, du bist bereit. Was? Aber nein. Schnapp sie dir, Tiger. Hm. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass er mich nur loswerden wollte. Hm. Kann ich ihm da irgendwas bieten? Hier, ein bisschen Fisch haben. Du siehst hungrig aus. Ich brauche keine Almosen. Ich habe alles, was ich brauche. Habe ich dir etwa was angeboten? Kann ich ihm Zucker geben? Du siehst hungrig. Ich, ich habe ich dir etwa. Hm. Wenn man nicht ganz. Klopf. Hm. Dusch. Ich brauche raus in je Versuchs. Ein Müllsammler. Sie trank verrat ich. Ist doch. Es ist lo. Außerdem ist es metrisch gesund. Und es handelt sich um eine Liebravo. Was? Schnaps. Hm. Klopf, klopf. Du schon? Ich brauche einen je Versuch. Ich bin. Nochmal bitte. Ich bin hier. Du bist hier. Schnabeltier. Das kann nicht dein Ernst sein. Das ist ja grauenvoll. Das Schlimmste, was ich jemals gehört habe. Ich wollte es ja nicht zugeben. Aber du brauchst wirklich meine Hilfe. Bekomme ich jetzt Unterricht oder so? Um Himmels Willen, nein. Bei dir ist Hopfen und Malz verloren. Dir kann nur noch der älteste Trick der Dichtkunst helfen. Drogen? Ghost Writing. Ah, meinte ich ja. Hier, nimm diese Wanze. Was soll ich damit? Du sollst sie dir ins Ohr stecken. Aber sie zappelt noch. Stell dich nicht so an. Steck sie dir ins Ohr. Dann kann ich dir während deines Dates die richtigen Worte soufflieren. Cool. Wie beim Geheimdienst. Okay. Hey Dad. Och. Was ist denn? Siehst du nicht? Ich weiß. Mach dich zu spät. Vielleicht bin ich nicht so gut mit schmalzigen Worten. Dafür habe ich aber das hier. Ohrenschmalz? Einen Soufflör. Der Dichter wird mir die richtigen Worte einflüstern. Dieser arme Schlucker, der unter mir wohnt? Hahaha. Wer soll der dir denn schon groß einflüstern? Müssen sie wirklich nach Mitternacht Klavier spielen? Kommt mir nicht so romantisch vor. Aber ist ja auch egal. Ich habe das richtige Gedicht gefunden. Ich mache es auf meine Weise. Oh. Der Junge will auf beinahe eigenen Beinen stehen. Aber was soll's. Warum eigentlich nicht? Ich werde den Tisch reservieren. Und du nimmst das hier. Was ist das? Das ist die Einladung an Goal. Nach allen Regeln der Etikette. Wenn sie das liest, wird sie garantiert zu unserem Date auftauchen. Du meinst zu meinem Date? Genau. Aber vorher gebe ich dir noch ein paar weitere Tipps. Von Vater zu Sohn. Irgendwie war das rührend. Er hat mir sogar einen Anzug geliehen. Am Ende ist er doch kein so schlechter Kerl. Ich kann es kaum erwarten, sie Goal zu überreichen. Ich würde sie ja gerne selber lesen. Was hast du denn jetzt schon wieder? Na was schon? Das ist eine offizielle Einladung zu einem romantischen Essen. Ach ja? Hm. Diese Einladung erfüllt tatsächlich alle Regeln der Etikette. Bravo, Rufus. Ich habe mich scheinbar komplett in dir geirrt. Warte nachher in der Altstadt auf mich, ja? Ich freue mich schon darauf, ein paar weitere Vorurteile gegen dich und Deponia ablegen zu können. Ablegen klingt auf jeden Fall super. Ach, Rufus. Fast. Warum kommt sie nicht? Ich wusste doch, dass Paps keine Ahnung von Frauen hat. Bei seinen grandiosen Tipps ist es ein Wunder, dass ich überhaupt existiere. Romantik und Blumen am Popo. Wer kann was erleben? Paps? Oh nein. Was war denn hier los? Blumen? Champagner? Dieser Halunke. Wenn es das ist, wonach es aussieht, dann kann dieser alte Schwerennöter schon mal das Grab für seine Sehbestattung ausheben. Jawohl. Oh je. Nee, Ausguck ist er nicht. Dieser Halb. Was ist das? Ich brauche ein Funkgerät. Wozu braucht der alte... Es sei... Och, das geht... Erst klaut er mir mein Date und dann auch noch die brillante Idee mit dem Souffleur. Diese elende... Ich brauche... Cray-Cray. Was? Du? Ich ein Le... Nein. Nein. Sag es. Memo. Ich brauche ein... Funkgerät. Aktierst du ihm diese Memos eigentlich? Lenk mich ab. Und her mit dem Funkgerät. Der muss dir noch eben helfen, du Assi. Wozu hattest du das eigentlich? Sag ich nicht. Soll ich erst ein Memo holen, auf dem Ich brauche Geheimnisse steht? Börsen News. Also Crane. Crane. Das ist ja wohl die Höhe. Mir mein Date vor der Nase wegzuschnappen. Im eigenen Sohn. Wie bitte? Sie sind Rufus' Vater? Das denkt er wohl. Aber ich bin es nicht. Das ist doch... Ich habe ihn aufgenommen, als ich noch Bürgermeister von Kuwak war. Wir haben ihn im Müll gefunden. Strampelnd und schreiend. Er ist ein Haldenbaby. Das ist nicht wahr. Erforsche deine Gefühle, Rufus. Ich bin nicht dein Vater. Und das sagst du mir jetzt? Hast du denn gar keinen Anstand? Er spricht ja genau der Richtige. Bohl. Du verstehst das nicht. Der Typ hat... Was? Format? Stil? Einen sauberen Anzug? Im Gegensatz zu dir weiß der Käpt'n nämlich, wie man sich einer Dame gegenüber verhält. Du hast die Lady gehört. Muss ich erst die Bedienung rufen, um dich mit Gewalt entfernen zu lassen? Zappelnd und schreiend. Wie das Haldenbaby, das du bist. Also, wir beide sprechen uns noch. Hat sich der Wind gedreht? Es riecht so komisch. Nur ein unbedeutendes Lüftchen, meine Liebste. Mehr nicht. Okay, ich hab gepupst. Aber das macht ihn nicht zu etwas Besserem. Dem werd ich sowas von in die Parade fahren. Der wird eine Abreibung kriegen, die sich seit mindestens drei Tagen nicht gewaschen hat. Ich find das Achievement schön. So, können wir mal... Wie war das noch mit dieser Falltür? Einen Augenblick. Was kann ich... Für mich erst wie sie fü- Ich habe alles ver- Er wollte sie- Ach, du... Ein guter Sir. Damn. Ich werde Goal schauen, wenn ich die... Rufus, wir wollen hier in Ruhe. Kannst du das aber du... Achso, warte mal. Wir können ja ganz einfach mal... Lieber nicht. Es reicht schon das eine Goal auf diesen miesen Betrüger. Rufus, wir wollen hier. Kannst du das aber du... Hallo? Rufus, bist du das? Geh sofort aus der Leitung. Ich erwarte einen Funkspruch von meinem Sof... Geh einfach aus der Leitung. Okay? Du störst. Wie schon damals. Hallo? Paps? Rufus? Ich erwarte ein Wusch der Wiesch. Go, go! Rufu! Tja, äh... Meine Sachen sind da, aber warum ist es ja nicht so? Oh, was? Noi, noi, was machst du hier denn da? Dafür brauche ich nur ein... Dafür brauche ich nur ein... Dafür brau' nur ein... Ich hätte es erwartet, dass wir oben noch was machen können. Ey! Du kennst dich doch mit Poesie aus, richtig? Aber ja. Eines meiner Schnabeltier-Gedichte hat es sogar auf Seite 3 von Schnabeltier Daily geschafft. Ich sehe schon, ich bin an der richtigen Adresse. Hier. Was ist das? Ein Funkgerät? Ja, das wirst du brauchen. Es geht um eine romantische Angelegenheit. Schnabeltier-Romantik oder Menschen-Romantik? Psst, es geht los. Zum krönenden Abschluss habe ich etwas ganz Besonderes vorbereitet. Ein Gedicht zu ihren Ehren. Okay, es ist soweit. Das Gedicht. Wie mein? Ähm... Das Gedicht. Na los, das war der Einsatz. Oh... Da habe ich genau das Richtige. Gib alles. Fällt noch gar nicht auf. Dein Anblick ist mir ein Pläsier. Oh, es ist ohne... Oh, es ist ohne... Oh, es ist ohne... Du siehst aus wie ein... Schnabeltier? Tier? Oh, oh. Geht's? Was? Hey! Warte! Ich... Du hattest recht, Rufus. Segal ist ein Idiot. Es war sehr... Nobel von dir, dass du mich vor ihm warnen wolltest. Danke. Zunge für was anderes verwenden, Rufus. Wichtiger. Ich muss mich bei dir entschuldigen, Rufus. Dein Adoptivvater mag weltmännisch tun, aber in Wirklichkeit ist er ein subilluminierter Cerebralpügnähe. Nur ohne Streifen. Und was steht als nächstes auf der Agenda? Ich schätze, da du dir jetzt wieder einig bist, könnten wir mit der Operation beginnen. Schade irgendwie. Ich fühle mich so viel klarer ohne meine rüpelhafte und blauäugige Seite. Ich könnte mich auch dran gewöhnen, drei Goals zu daten. Und diese Information hältst du warum genau für einen adäquaten Gesprächsbeitrag? Was denn? Ich mag halt all deine Facetten, Baby. Lass uns lieber mit der Operation beginnen. Gib mir die Datasetten. Ich gehe schon mal vor. Triff mich in Docs Labor. Sie steht auf mich. Was ist denn hier los? Janosch? Pssst, ich muss hören, was da drin vor sich geht. Wieso? Was geht denn da drin vor sich? Und was treibt ihr überhaupt hier? Wir setzen deinen Plan in die Datum. Was denn sonst? Mein Plan? Ja. Du hattest natürlich vollkommen recht. Durch bloßes Rumsitschen und Nichtstun. kann man keine Revolte starten. Und darum werden wir proaktiv die Datasetten erbeuten. Moment mal. Bei diesen Datasetten handelt es sich um das Bewusstsein meiner Freundin. Freundin? Das hättest du wohl gern. Zuallererst ist Goal eine funktionierende Schwiderstranz. Sie wird sich natürlich für die gute Sache opfern. Opfern? Sag mal, spinnst du jetzt total? Leider hat noch eine andere Organisation Wind von den Aufstiegsgots bekommen. Oder soll ich lieber Unorganisation sagen? Was denn? Du meinst Donner? Genau. Das unorganisierte Verbrechen hat sich in Docs Labor verschancht. Sie haben Doc und Goal als Geicheln genommen und wollen schon ihren ungehinderten Abzug erbrechen. Aber die Revolution lässt sich nicht erpressen. Sobald ihr schon wollen stundenlang, stürmen wir die Bude einfach. Ach, das heißt, Galef stürmt und ich halte mit Leibold die Stellung. Was? Das ist doch Wahnsinn. Ähm, genau. Ich kenne diese Leute. Die sind zu allem fähig. Ihr werdet nur euch selbst umbringen. Also mich. Das ist das Loser des Freiheitsgämpers. Immer bereit für die gute Sache zu sterben. Wartet damit bitte noch. Vielleicht fällt mir noch was ein. Ihr seid doch alle scheiße. Was hast du was wo? Ich geh da. Aber da drin wimmel. Mit denen werde ich schon. Geh, aufmachen. Ich bin's, Rufus. Ja. Äh. Huhu. Könnte ich kurz reinkommen? Das geht nicht. Du kannst gleich das Portal benutzen. Aber erst musst du noch was für mich erledigen. Hier. Was ist das? Noch eine Fernbedienung? Ja. Die von Leibold. Es ist scheinbar ein älteres Modell. Aber... Hey. Ich weiß doch wohl, wie man eine Fernbedienung benutzt. Ha. Natürlich weißt du das. Leibold ist der Dicke, oder? Ich frag nur, weil ich gar kein Implantat gesehen habe. Du schaffst das schon. Wenn du fertig bist, kannst du das Portal benutzen. Dann erklär ich dir alles. Hä? Welches Portal denn? Vertrau mir. Und kein Wort zu Janusz. Was war denn das jetzt? Leibolds Fernbedienung? Oh je. Das wird spannend. Wozu wohl all diese Knöpfe gut sind? Ich drück einfach den größten. Und zapp. Schaut mich an. Ich habe einen wichtigen Auftrag erfüllt. Jeder Affe hätte das gekonnt. Hetzend. Hi, Falke. Hallo. Was? Äh. Na endlich. Was brauchst du denn so lange? Nur weil du aus der Vergangenheit kommst, heißt das noch lange nicht, dass du so trödeln kannst. Hä? Was ist denn hier los? Bist du das, Clitis? So ein Quatsch. Ich bin natürlich dein zukünftiges Ich. Diese Portale sind Raumzeitkrümmungen. Und das hier ist die Zukunft. Man nennt ihn Ruf. Hey, das ist mein Jingle. Jetzt nicht mehr. Ich bin aktueller, weiser und vor allem lässiger. Ach ja? Dafür sehe ich nicht so alt aus wie du. Was? Du verdammter Milchgesichtiger. Ich würde dich Jungspund ja übers Knie legen. Aber ich kann nicht, weil die Altersschwäche schon eingesetzt hat. Mann, du bist so ein Schwächling. Du kannst unmöglich Ich aus der Zukunft sein. Ich sag das doch nur, um ein Zeitparadoxon zu verhindern. Das könnte ja jeder behaupten. Du hast einfach keine Ahnung von Zeitreisen. Hab ich wohl. Hast du nicht. Ich möchte einen Beweis. Meinetwegen, wenn du dann endlich Ruhe gibst. Ein einfacher Test wird zeigen, dass du nichts weiter bist als ein aufgeblasenes Großmaul. Oder du. Genau. Also, woran denke ich gerade? Oh, warte. Ich erinnere mich. Du denkst an... Ziebelzubel. Ah, voll daneben, du Niete. Ziebelzubel. Das ergibt ja nicht mal einen Sinn. Ich wusste gleich, dass du ein Betrüger bist. Bin ich nicht. Ich musste das sagen, um kein Zeitparadoxon zu erzeugen. Pff, genau. Gib doch einfach zu, der sich dich besiegt habe. Wieso? Woran hast du denn gedacht, wenn nicht an Ziebelzubel? Nun ja, ähm... Zukunfts-Ich, alte Socke. Ja, das ist ja eine Überraschung. Da bist du ja. Sag ich doch. Können wir jetzt endlich weitermachen? Du musst da rein und Goal befreien. Sie ist also tatsächlich da drin? Geht's ihr gut? Keine Panik. Wink und Nod sind außer Gefecht gesetzt. Wie jetzt? Du hast sie ganz alleine überwältigt? Ein Klacks. Du scheinst tatsächlich ich zu sein. Wie hast du das angestellt? Das, äh, findest du schon noch raus. Ich werde mich derweil um die Rebellen kümmern. Äh, was? Ist das etwa eine Knarre? Nein, das ist ein Bananenschälgerät. Natürlich ist das eine Knarre. Darf ich auch mal? Nicht jetzt. Du musst in das Labor und Goal befreien. Schon vergessen? Ich bin grad verwirrt. Ich will aber die Knarre. Äh, können wir das nicht irgendwie vorspulen? Das geht nicht. Als ich du war, hab ich die Knarre auch erst später bekommen. Wir müssen alles genauso machen wie vorher. Äh. Na gut, stimmt, mach ich das viel lässiger als du. Die ist hinterher viel freier als bei dir. Mach's bitte genauso lässig wie ich. Sonst löse ich mich auf. Das ist ganz schön schmerzhaft, weißt du? Hehe. Recht so. Oh, Fuß. Ja, ja, schon klar, du Spielverderber. Aber danach bekomme ich die Knarre. Richtig? Ja, doch. Äh, äh. Durch das Portal. Ah, ja. Und beeil dich. Dir schlägt es gleich zur vollen Stunde. Dann stürmen die Rebellen die Praxis. Höh, höh, höh. Pff, so ein Idiot. Also bei mir bist du auch so quasi blau. Mh, mh. Doc, Goal, ihr lebt noch. Was ist da los? Rufus, was treibst du da? Schillen. Töten. Beißt ihm die Augen aus. Ich glaube, das ist diesmal nicht nötig, Boss. Es ist Rufus. Der gehört zu uns. Was hattest du denn in Docs Asbestlager verloren? Ich brauchte Asbestplatten und hab mich versehentlich eingesperrt. Ja, da muss man vorsichtig sein. Auf diese Weise hab ich zwei Tanten verloren. Aber gut, dass du kommst. Wir sitzen in der Falle. Irgendwelche Extremisten sind hinter unseren Aufstiegscodes her. Euren Aufstiegscodes? Wir waren gerade dabei, sie in unsere Unternehmensmasse zu überführen. Warum auch die Brechstange? Wenn sie nicht bald abziehen, müssen wir uns den Weg freischießen. Knallt sie ab! Tabula rasa! Wartet! Ich habe einen Plan. Hören Sie zu! Wink juckt schon der Finger am Abzug. Verfluchte Nickelallergie. Okay, also... Irgendwas ist an. Hat sie eine neue Frisur? Nein, sie ist gefesselt. Überführen kennst du auch, ne? Ja, ständig. Rufus. Psst, Goal! Rufus! Endlich! Du musst uns hier rausholen. Ich arbeite dran. Dann arbeite schneller. Immerhin hast du mich auch in diesen Schlamassel rein manövriert. Ah, du bist also Lady Goal. Und du bist gleich Lady Rufus, wenn du dich nicht beeilst. Was genau ist passiert? Sie waren plötzlich einfach da. Doc hat versucht, mich zu verteidigen. Fast wie ein echter Gentleman. Leider war es komplett sinnlos. Sie waren zu dritt und bewaffnet. Nuzipu kann rette die Welt hier. Geht es dir gut? Ja, wir machen hier gerade ein Picknick. Echt? Gibt's auch Pfannkuchen? Das war Sarkasmus. Ich weiß. Also keine Pfannkuchen, richtig? Lauf nicht weg. Untersteh dich denn... Es hängt also mal wieder alles von mir ab. Gut so. Doc, alles klar bei euch? Ach so. Knebel. So. Geht's besser? Ja. Alles super. Na, dann kann ich ja wieder gehen, richtig? Ja. Na ja. Ein bisschen Hilfe könnten wir hier schon gebrauchen. Ach. Was genau ist passiert? Sie kamen aus dem Nichts. Na ja. Genauer gesagt kamen sie durch die Tür. Sie haben uns einfach überrumpelt und gefangen genommen. Ich glaube, sie sind hinter den Aufstiegscodes her. Glaubst du? Na ja. Sie sagten Sachen wie, wo sind die Aufstiegscodes und so. Ich habe versucht zu erklären, dass das im Moment nicht möglich ist. Sie wollten nicht hören. Okay. Ja. Ähm. Dieses Element an Donners Schläfe. Ist das eigentlich auch ein Implantat? Ja. Ich habe es selbst eingebaut. Wieso, fragst du? Ich glaube, ich habe einen Plan. Wolle lieber noch eine zweite Meinung ein. Du hast nicht zufällig noch eine Fernbedienung für Donner? Hey. Natürlich. So eine habe ich tatsächlich. Sie müsste in der Schublade dort drüben liegen. Aber damit es funktioniert, müsstest du ganz nah ran. Überlass das mir. Habe ich eine Wahl? Jupp. Ich versuch mal. Ich würde dir ja die... Aber die fesseln und so. Kein Problem. Hey, was soll... Total. Ich darf doch, oder? Hast rein. Noch zwei Fernbedienungen. Klasse. Die sollten etwas Schwung in die Bude bringen. Mal gucken. Bei der einen klebt ein Etikett auf der Unterseite. Hey. Da steht Donner drauf. Das sollte nützlich werden. Und die andere? Na nü na na. Das ist doch die Fernbedienung, die mir Zukunftsrufus vorhin in die Hand gedrückt hat. Wie die zu Leibold gehört. Offenbar habe ich einen Plan. Ich weiß es nur noch nicht. Okay. Mist. Es funktioniert. Es muss daran liegen, dass sich noch gar keine Datasette in der Fernbedienung befindet. Ähm. Ja, woher? Achso. Hey, wo bist du? Ich, ähm, wollte mich ein wenig im Asbestlager umsehen. Warst du nicht vorhin schon die ganze Zeit über da drin? Ach ja. Mist. Hey, was? Ich dachte, ich vertrete mir mal. Lass den. Oh, wir sind mitten in der Nackt. Ich könnte ja mit den Typen da. Hm. Das ist vielleicht eine Idee. Was meinst du, Donner? Rasiert ihre Füße. Nicht. Donner sagt, sie kann das unmöglich verantworten. Stand das Zwinker nicht mal für die Andeutung, jemandem erheblichen physischen Schaden zuzufügen? Oh, sorry. Wir haben den Code geändert, ohne dich einzuweihen. Kommt nicht wieder vor. Okay. Ähm. Können wir von Gold eine Datasette bekommen? Psst, Gold. Rufus. Doc hat erwähnt, dass Donner auch so ein Implantat hat. Worauf willst du hinaus? Naja, wenn ich nur kurz deine Datasette entfernen könnte. Untersteh dich. Nanu, seit wann hat Doc denn Champagner in seiner Praxis? Was? Wo? Sorry, Gold. Du wirst mir später dafür danken. Offenbar habe ich einen Plan. Ich weiß es nur. Hey, was tust du da? Netter Körper. Nur die Augenklappe könnte beim Zielen stören. Nicht! Nein, stört kaum. What the fuck? War das nötig? Hattest du eine bessere Idee? Ja! Zu spät. Naja, zumindest haben wir eine Sorge weniger. Jetzt müssen wir nur noch die Rebellen überwältigen. Alles, was wir brauchen, ist ein neuer... Sag es nicht. ...Plan. Ich spüre, wie sich ein Geistesblitz zu mir vorarbeitet. Es liegen Genialitätspartikel in der Luft. Benutze Staubsaugermotor mit Korgummi. Vielleicht später. Muss es denn immer ein komplizierter Plan sein? Ich dachte, das gefällt dir an mir. Du verwechselst mich mit Krawallgoal. Krawallgoal? Natürlich. Ich habe doch Liebolds Fernbedienung. Langsam kommt alles zusammen. Mein Vergangenheits-Ich legt Krawallgoal in Liebold ein. Die überwältigt dann Janosch, während ich mich um Garlef kümmere. Und zack, schon sind wir draußen. Vergangenheits-Ich? Was redest du denn da? Können wir nicht einfach auf dem selben Weg raus, auf dem du reingekommen bist? Nein, das geht nicht. Wegen der Zeitkohärenz und Temporal-Dingsis und so. Es ist kompliziert. Das ist es immer, nicht wahr? Das erkläre ich dir noch. Wir müssen jetzt erst einmal Krawallgoal-Statter-Tassette finden. Hier, nimm die so lange. Hey, Astrein. Du machst dich langsam. Zum Affen, ja. Vertrau mir einfach. Befreie du die anderen. Ich kümmere mich um die Rebellen. Vorher nehme ich mir immer noch eine Knarre mit. Und ich bekomme Donners Fernbedienung. Wenn's dich glücklich macht. Mann, das wird sowas von episch. He, he. Endlich hab ich auch eine Knarre. Und? Wer ist jetzt der Bessere, hä? Blöder Zukunftsrufus. Okay, wie schön wir es jetzt angehen. Was ist die Original-Golden-Mind-Oren? Der alte Körper stand ihr zwar ein wenig besser, aber im Grunde kann sie alles tragen und sieht trotzdem noch spitze aus. Wieder ein Punkt, in dem wir uns ähneln. Ja, dann muss man sich manchmal kurz mürgen. Und? Was ist jetzt mit deinem grandiosen Plan? Ich arbeite dran. Okay, dann gehen wir jetzt mal in der Schleuse raus hier. Okay. Hey, aufmachen. Ich bin's, Rufus. Oh, oh. Das müsste jetzt mein Ich aus der Vergangenheit sein. Ich sollte lieber aufmachen. Sonst bringe ich noch die ganze Zeit Kausalität durcheinander. Ja. Äh, uhuhu. Könnte ich kurz reinkommen? Das geht nicht. Du kannst gleich das Portal benutzen. Aber erst musst du noch was für mich erledigen. Hier. Was ist das? Noch eine Fer... Ah, die ist scheinbar ein älteres... Hey, ich weiß... Liebold ist der Dicke. Ich frag nur, weil ich gar keinen Impul... Du schaffst das schon. Wenn du fertig bist, dann erklär ich dir... Hä? Ich vertraue und kein... Puh, gut, dass ich so ein perfektes Gedächtnis habe. Ein kleiner Fehler. Und ich hätte einen invaliden Zeitstrahl erzeugt. Aber was passierte als nächstes? Hm... Ah, man sollte eh nicht in der Vergangenheit leben. Mhm. Come on. Na, dann wollen wir. Cool. Und jetzt? Na, Ant, was brauchst du denn? Nur weil du aus der Vergangenheit... Hä? Was ist denn? Ist du das so ein Quatsch? Ich bin natürlich diese Pott. Und das hier... Man nennt ihn Ruuuuff. Hey, das ist... Jetzt nicht mehr. Ich bin aktuell. Ich möchte meinetwegen... Ein einfacher Test wird Zeit oder Du. Genau. Also. Oh, warte. Du denkst... Ziebelzubel. Äh, voll daneben, du nie. Ziebelzubel. Ich wusste gleich, dass du ein... Bin ich nicht. Ich musste das sagen um kein... Pff, genau. Gib doch einfach zu. Wieso? Woran hast du denn gedacht, wenn nicht an Ziebelzubel? Nun ja, äh... Ähm... Zukunfts-Ich. Alter, das ist ja ne Über... Sag ich doch. Können wir jetzt endlich weitermachen? Du musst da rein. Ist also tatsächlich jetzt sehr gut? Keine Panik. Wink und Nod sind außer Gefecht gesetzt. Wie jetzt? Du hast sie ganz alleine überwältigt? Ein Klacks. Du... Wie hast du das an? Das, äh... Findest du schon noch? Ich werde mich derweil um die... Boah. Ist das etwa... Nein. Natürlich ist das... Hab ich auch nicht. Du musst in das... Na gut, stimmt. Mach ich das viel lässiger. Mach's bitte sonst. Das ist ganz schön. Hehe. Oh, froh. Ja, ja. Aber danach... Ja, doch. So. Ha, ha. Durch das Portal. Ah, ja. Und beeil dich. Hier schlägt dann stürmend... Alles klar. Was für ein Held. Puh. Für ein Trottel. Für wen hält der sich eigentlich? Aber nun zurück zur Mission. Es kann jeden Augenblick zur vollen Stunde schlagen. Und dann bin ich bereit. Hehe. Alles, was ich jetzt brauche, ist ein wenig Geduld. Und darin bin ich unschlagbar. Geduld. So. Schlag Ende los. Huah. Hast du das auch gehört? Die Uhr schlägt zur vollen Stunde. Und mitten auf die Zwölf. Zeit für deinen Auftritt, Galef. Muss das wirklich sein? Jetzt stell dich nicht so an. Sonst gewinnscht immer du beim Schnick-Schnack-Schnuck. Aber sonst geht es auch immer nur darum, wer neue Zitzen holen geht. Versuch dich nicht rauszureden. Einer für alle. Und das bist heute du. Rufus? Was treibst du hier? Es gibt eine Planänderung. Die Aufstiegscodes bleiben bei Goal. Du stellst dich gegen den Widerstand? Auf welcher Seite stehst du eigentlich? Auf der Titelseite des Blattes, das sich soeben gewendet hat. Was zum... Ladehemmung? Tja, Pech gehabt. Oder so. Rufus? Ah, sehr gut. Du hast es alleine geschafft. Komm mit. Es ist noch nicht vorbei. Ähm, warte mal. Aber Goal. Wir haben jetzt keine Zeit für sowas. Naja, wollen wir nicht warten, bis du wieder in Form bist? Was soll's. Äh. Du musst dich dringend rasieren. Komm. Das war nicht Krawall Goal. Äh, wo ist Donner? Es ist vollbracht. Ich hab doch gesagt, dass... Doc, warum seid ihr noch gefesselt? Lady Goal sollte euch doch befreien. Hat sie aber nicht. Sie ist durch das Portal in die Zukunft entwischt. Sie ist... Was? Äh, kein Problem. Krawall Goal ist noch draußen. In Liebolds Körper. Sie wird Lady Goal zur Vernunft bringen. Das war nicht Krawall Goal. Das war die Reinigungsdatasette für meinen Videorekorder. Die anderen beiden Goals stecken noch in der Maschine. Liebold hat nicht mal ein Implantat. Aber... Die Fernbedienung. Ach, du dicker Vater. Das hieße ja... Rufus, was hast du mit Kalif gemacht? Und mit Liebold? Der Arme ist ganz verstört. Eine Verwechslung. Ich... Hey! Goal! Was soll das? Es tut mir leid, Rufus. Ich fürchte, ich muss noch eine weitere Änderung an deinem Plan vornehmen. Hä? Was für eine Änderung? Ja, es ist auch kompliziert, wie alles, was mit dir zu tun hat. Du verursachst nichts als Chaos. Aber dafür bin ich nicht gemacht. Ich kann nicht länger bei dir bleiben. Och komm schon, was soll denn das jetzt? Mach auf! Bemühe dich nicht. Die Tür bleibt verriegelt. Ich brauche ein bisschen Vorsprung, wenn ich Cletus finden will. Cletus? Wovon redest du bloß? Wir wollten doch zusammen nach Elysium. Die Welt retten und so. So einfach ist das aber nicht, Rufus. Du kannst nicht alle im Stich lassen und gleichzeitig der Held sein. Es ist unmöglich. Unmöglich ist mein zweiter Vorname. Genau. Das reizt dich, nicht wahr? Du willst immer das Unmögliche. Darum wirst du auch immer unzufrieden bleiben. Du kannst nicht mit nach Elysium, Rufus, weil du Deponia in dir trägst. Mach es gut, Haldenbaby. Aber, Moment. Aber was ist mit deiner Operation? Wir müssen dich doch wieder zusammensetzen. Wozu? Damit die Zweifel wiederkommen? Nein, danke, Rufus. Aber Cletus ist ein Schnösel. Cletus ist kein schlechter Mensch, Rufus. Zumindest nicht schlechter als ich. Und bestimmt nicht schlechter als du. Ich bin tausendmal besser als dieser Lackaffe. Zumindest willst du das sein. Ich habe dir verziehen, dass du mein Bewusstsein gespalten hast. Dass du mich angelogen hast. Dass du mich immer wieder in Gefahr gebracht hast. Und ich habe Cletus verziehen, dass er meine Erinnerung löschen wollte. Jetzt musst du mir verzeihen. Äh, so funktioniert das mit dem Verzeihen nicht. Und außerdem, dieser Cletus will ein paar hundert oder tausend oder vielleicht Millionen, ich habe keine Ahnung, wie viele Menschen noch leben, sprengen. Madame. Aber wir wollten doch zusammen die Welt retten. Das gilt vielleicht für Krawall-Goal und Baby-Goal. Aber ich bin weder so naiv noch so abenteuerlustig. Ich will einfach nur nach Hause, bevor es zu spät ist. Das ist echt bitter. Aber ich will doch mit dir nach Elysium. Willst du das wirklich? Ich weiß, dass du etwas beweisen willst. Weil du im Schrott aufgewachsen bist. Weil nie jemand an dich geglaubt hat. Aber würde es dir wirklich gefallen, dein Ziel zu erreichen? Keine Abenteuer mehr? Keine weiteren Pläne? Ich glaube nicht. Aber wo ist das Problem? Warum können wir nicht einfach der Ponia retten und trotzdem zusammen nach Elysium gehen? Weil es sich gegenseitig ausschließt, Rufus. Tut es nicht? Ich weiß, dass ich das hinkriege. Du weißt eben noch nicht alles. Hast du dich jemals gefragt, warum die Ponia gesprengt werden soll? Was hat denn das damit zu tun? Einfach alles. Elysium ist nicht das Paradies, für das du es hältst. Es ist nur ein Vehikel. Ein Raumschiff, um Deponia ein für alle Mal hinter sich zu lassen. Um auf Utopia, dem nächsten bewohnbaren Planeten, noch einmal von Neuem zu beginnen. Aber Utopia ist fern. Es gibt nur eine einzige Möglichkeit, genug Energie zu erzeugen, um Elysium dorthin zu katapultieren. Die Sprengung Deponias. Was war das? Elysium ist was? Ein Raumschiff? Hast du es jetzt endlich verstanden? Wenn Deponia nicht zerstört wird, wird Elysium bald zurück auf den Planeten stürzen. Wir können nicht ewig ohne einen Heimatplaneten leben. Aber Deponia ist kein Ort, um zu leben. Das wissen wir beide. Okay. Was wäre, wenn der Ältestenrat wüsste, dass Deponia bewohnbar ist? Das ist schon arg. Ich weiß es nicht. Ein Teil von mir hat immer geglaubt, sie würden die Sprengung abladen. Aber das war die naive Gruppe. Das ist schon jetzt krass, wie plötzlich diese Story so hart wurde. Gerade eben war es noch alles witzig und tralala. Aber plötzlich bringt halt hier Donnergoal zwei Leute um. Und dann sowas ist es. Was ist denn so toll an diesem Utopia? Es gibt frisches Gras, blauen Himmel, klares Wasser. Kurz, es ist nicht Deponia. Okay, ich glaube, ich habe alles verstanden. Aber... Was aber? Aber es muss doch einen Weg geben. Es gibt sogar zwei. Einer führt nach Elysium und von da aus weiter nach Utopia. Der andere Weg endet hier auf Deponia, wenn wir ihn denn überleben. Ich habe mich entschieden, Rufus. Jetzt bist du an der Reihe. Dann lass uns zusammen Deponia retten. Ich habe es dir doch erklärt, Deponia zu retten, wäre das. Es würde als weiterer Müllberg auf dieser Müllheide von Planet enden. Aber ich kann so nicht leben. Wer könnte das besser verstehen als du, Rufus? Es muss doch eine Möglichkeit geben, beides zu vereinen. Vertrau mir. Ich kriege das hin. So wie du mich auch wieder hingekriegt hast? Ich will doch nur eine zweite Chance. Du hattest deine Chance, Rufus. Deponia hatte seine Chance. Manchmal sind die Dinge so kaputt, dass sie sich nicht mehr reparieren lassen. Behalt ruhig die anderen zwei Datasetten. Da sind nur Zweifel und naive Ideale drauf. Wo ich jetzt hingehe, kann ich die nicht gebrauchen. Ich muss mich beeilen. Donners Tauchboot wartet. Wenn ich bis übermorgen nicht mit Cletus in Porta Fisco bin, wird es zu spät sein. Viel Glück, Rufus. Aber... Was für eine Frau. Spinnst du? Sie wird uns alle umbringen. Ich finde sie lässig. Vor allem ist sie scheinbar der Teil, der die Aufstiegscodes kennt. Wir müssen sie aufhalten. Aber wir sind eingesperrt. Binde mich erst einmal los, dann fällt uns bestimmt etwas ein. Es gibt immer einen Ausweg. Das musst du mir nicht sagen. Haben wir damit Chaos auf Deponia beendet? Oh, da kommt es nicht Kapitel. Da war Madame wiedermals zweifelnd zum Opfer gefallen. Und sie ließ Rufus mit Frust und zwei Drittel ihres Bewusstseins alleine und suchte nach seinem Rivalen. Aber wenn ihr jetzt echt glaubt, dass das Rufus schwächt, ja, dann gönnt ihr ihn schlecht. Denn ein echter Hero kommt jetzt dann akkurat in Farb. Wenn einer mag, get on that. Schon allein wegen, weil muss ja und so. Na ja, weil das Ende vom ersten Teil war ja auch schon so. Das war ja auch schon so weird. Deswegen traue ich dem zweiten Teil auch zu, dass das Ende einfach wieder so ein Ende wird. Warum ist eigentlich alles gerade so trüb? Und warum haben wir uns umgezogen? Ah. Der goldene Drache, die Unsichtbarkeit. Da bist du ja. Bereit zur Jagd? Ähm, Janosch. Wir haben wirklich nicht viel Platz auf dem Kutter und... Ja, es ist wirklich schade, dass ich nicht mitkommen kann. Ich würde auch gerne an Worderstabrund kämpfen. Scheide an Scheide. Wie früher. Weißt du noch? Früher? Naja, wohin. Aber leider ist das unmöglich. Ich hab meine eigene Mission. Und die geht unbedingt vor. Unsere Organisation ist einfach noch nie groß genug, um es mit dem Organon aufzunehmen. Meinst du? Darum werde ich ebenfalls nach Bordavichko reisen. Ich stehe dort mit einer Gruppe in Verbindung, die sich auch dem Gampf gegen die Unterdrückung verschrieben hat. Die Passage ist bereits gebucht. Wir werden die Widerstandszelle Nord errichten. Direkt unter der Nase des Organon. Was sagst du dazu? Äh, viel Glück. Danke. Eine Bitte hätte ich in diesem Zusammenhang noch an dich. Wenn du in Portavichko bist, solltest du unbedingt bei uns vorbeigommen. Die Leute werden mit Sicherheit den geistigen Schöpfe der Unternehmung kennenlernen wollen. Mal sehen. Hier, das wirst du brauchen. Was ist das? Wir haben ein neues Klopfzeichen vereinbart. Das alte war ja auch Mist. Du sagst es. Niemand konnte sich richtig merken. Tja, du Janosch, ich muss jetzt wirklich. Ich weiß, du musst los. Das Abenteuer ruft. Genau. Es ruft halt endlich die Backen, du Torfkopf. Die Übersetzer oder die Übersetzerin von Janosch hat... Endlich, wo bleibst du denn? So holen wir das Tauchboot niemals ein. Ist nicht meine Schuld. Ich wurde von einem Stadtstreicher belästigt. Wo soll's überhaupt hingehen? Donner, ich sagte etwas von Portavisco. Also sollten wir da hin. Ich denke, wir sollten erst einmal die Peilung vom Tauchboot aufnehmen. Wenn ich mich recht entsinne, gibt es einen Funkmast auf Isla Obacht. Vielleicht kann ich den Sender so manipulieren, dass unser Sonar die Signatur des Tauchboots erkennt. Und bis dahin ist Donner über alle Berge. Nein, danke. Ich sage Isla Obacht. Bozo ist der Kapitän. Und er ist auch für Fisco, nicht wahr? Also, meinetwegen können wir auch zur Polkappe fahren. Hauptsache, ihr einigt euch langsam mal. Genug. Ich entscheide, wo es lang geht. Ähm, Rufus, das ist nicht die Navigation. Das ist mein Urhaar-Entferner. Äh, äh. Okay. Ähm. Äh, äh. Okay. Ist jetzt einfach mal irgendwo hingefahren. Bozo hätte seine Freundin mitbringen sollen. So ein Mistwetter. Wir sollten zusehen, dass wir hier so schnell wie möglich fertig werden. Die Kruste auf meinem Mantel beginnt sich schon aufzulösen. Äh, hä. Das Diesel-Verblüffend. Hier gibt's einen Tank für... Autsch. Solange der Generator läuft, ich muss ihn irgendwie... Das Dieselöl leckt ja aus dem Auspuff. Verblüffend. Er betreibt eine Pumpe, die auslaufendes Dieselöl aus dem Wasser holt. Moment mal. Das Dieselöl leckt ja aus dem Auspuff des Generators. Verblüffend. Hier gibt's einen Tank... Aus dem Hahn kommt nur öliges Wasser. Na super. Das ist der perfekte Platz. Oder vom Blitzke. Ich habe das Problem gef... Worauf warten wir dann noch? Ab zur Doktor mit. Sie ist lässig. Sie passt zu. Hey, Goal. Alles gut bei dir? Langweilig. Was treiben wir hier? Keine Sorge, gehört alles. Ganz schön gewittrig hier, was? Jetzt macht ihr mal nicht in die Hose. Die Wahrscheinlichkeit, von einem Blitz getroffen zu werden, ist etwa so hoch, wie die im Lotto zu gewinnen. Ha, Stochastik ist was für Leute, die keine Risiken eingehen wollen. Haha, stimmt. Weiter geht's. Ich hoffe. Der Funkmast schein. Und das scheint das. Äh, äh. Ach, dann bo. Hm. Aua. Hey, alles gut? Lastra. Keine Sorge, hört a. Ich hab einen Plan. Tja, was spräche dagegen, sich mitten in einem Ge- Also mach's. Himmel nahe. Für wie naiv hältst, fehlt nur noch, dass du mir ein Kübel Wasser für die Füße hinstellst. Oder mir einen Regenschirm in die Ufos. Na-i. Du planst doch nicht etwa mich als menschlichen Bl- Okay, mich gut so. Nee, Moment. Nicht im Traum, aber im wachen Zustand. Zu spät. Mist. Weiter geht's. Ich hoffe. Okay, ähm. Später anscheinend, aber auch erst. Hier, Doc. Sender. Ich war beim Funkmast. Der Sender ist kaputt. Woher weißt du das? Weil er verschmort am Fuße der Funkantenne lag. Tatsächlich. Du hast recht. Ich erkenne ja wohl eine verschmorte Elektrik, wenn ich sie sehe. Auch wenn deine Unterschrift fehlt. Kannst du sie reparieren? Schon fertig. Und warum hat das so lange gedauert? Hauptsächlich, weil da ein Lolli-Stiel zwischen den Kontakten klebte. Auf jeden Fall funktioniert das Gerät jetzt. Es muss nur noch auf der Spitze des Funkmasts montiert werden. Ein Klacks. Ich blöde ich. Wir kommen hier vermutlich nicht weiter, weil wir brauchen eine Schüssel. Plus, minus, plus? Was soll das denn schon wieder? Ich kann zwar dramatische Vorzeichen klopfen, aber mathematische? Okay, das heißt, wir fahren erst mal weiter. Ähm, okay. Wie jetzt? Das soll der Pol sein? Da tut Lonzo ja mehr Eis in die Drinks, wenn er Alkohol sparen will. Was für eine Enttäuschung. Mist, der was so viel zu meiner Idee. Ich sollte mir ein bisschen davon... Vielleicht bekomme ich später noch die Gelegenheit, Amtmann Argus einzuseifen. Hm. Er hält sich offenbar für den Coolsten. So eine Fackel könnte ich gut gebrauchen. Aber um da ranzukommen, bräuchte ich erst so eine Art transportables Feuer. Ja, sowas hatten wir ja im ersten Teil oder so. In Kuva konnte man das letzte Mal die Sterne so klar sehen, als ich neun war. Ich hätte wohl nicht den Filter aus dem städtischen Müllverbrennungsgenerator ausbauen sollen. Ja, das hast du sehr richtig erkannt. Das Schild ist größer als der Pol. Mist, der Knopf... Kein Wunder, dass der Pizzaboot... Okay, ähm... Hm. Dann... Nach Portafisco zum Beispiel. Oder auch nicht. Vielleicht sagt das Spiel auch so, nö, lass mal abstürzen. Oder so, keine Ahnung. Wir werden sehen. Das ist also Portafisco. Die einstige Metropole am rostroten Meer. Ein ganz schöner Drecksladen. Selbst für Deponia-Maßstäbe. Und was stinkt hier nur so furchtbar? Ähm... Das Gronkh? Achso. Goon wird von Gronkh gesprochen. Ah. Ah ja. Ich mag die Dinger. Sie sind wie ich. Immer gegen den Strom. Ich hätte erwartet, dass wir Stress mit dem bekommen. By the way, die beiden Charaktere sehen irgendwie anders aus. Sind das irgendwie... Entschuldigung. Referenzen auf irgendwelche Charaktere, die es so gibt. Äh... Ah ja. Okay. Musste eben mal was nachschauen. Sie ist lässig. Sie passt. Hey, go. Alles gut. Jetzt lang hattest du nicht Abenteuer. Ich hatte gar nichts versprochen, an das ich mich auch halten wollte. Was stinkt hier eigentlich? Ich hoffe, das bist nicht du. Nein. Ich glaube, es kommt von dem Typ da drüben. Das hätte ich an deiner Stelle auch gesagt. Ja, um den Verdacht von dir abzulenken. Warum sollte ich? Ich rieche fantastisch. Ach ja? Ach ja? Ja. Ja, ja, der Kenner da. Thema beendet. Was? Er wohl in diesem Zelt da oben wohnt? Bestimmt ein weiterer armer Irrer. Ja, von denen gibt es ja eine Menge. Etwa drei pro Kutter. Keine Spur von Donnergoal. Strengst dich aber auch nicht wirklich an, oder? Ich spare meine Kräfte für kommende Herausforderungen. Und wenn die Herausforderungen nicht kommen? Vertrau mir, die kommen schon. Sie sammeln sich nur für einen Überraschungsangriff. Am Ende sind alle Vorbereitungen zunichte gemacht. Und schließlich kann uns nur noch ein halsbrecherischer Befreiungsschlag retten. Und das läuft immer so? Jedes Mal. Cool. Weiter geht's. Ich hoffe, du weißt... Äh. Wissen, wie es weitergeht. Ist langweilig. Also, der hat schon ein paar Sprecherrollen. Hey da! Sozial benachteiligter Zeitgenosse. Äh. Muss das sein? Wieso? Ist das nicht der politisch korrekte Terminus? Ich habe extra nicht ranziger Penner gesagt. Obwohl sich das ziemlich aufgedrängt hat. Mein Name ist Goon. Und wenn du dich über Obdachlose lustig machen willst, bist du ja in der falschen Adresse. Keine Sorge. Ich bin ein Freund des kleinen Mannes. Des kleinen Mannes? Ja. Sein Name ist Wenzel. Ich habe keine Ahnung, wovon du da redest. Ach, das hätte ich ja fast vergessen. Das niedere Volk versteht ja die Sprache der Bildungselite nicht. Zum Glück bin ich geübt im Ghetto-Slang. Och nee. Och, bitte mach das nicht. Hey ho, Digga. Was geht ab in der Hood? Och, lass das bitte, ja. Ich habe nicht immer auf der Straße gelebt. Ich bin Akademiker. Ah, jetzt verstehe ich. Das hier ist so eine Art soziales Experiment, richtig? Du tarnst dich als Tippel, Bruder, um die Gebräuche der Träms zu studieren. Ähm, genau. Sehr clever. Fast wäre ich drauf reingefallen. Aber nur fast. Zugegeben, dein Gestank ist authentisch. Aber was dein Benehmen betrifft, da gibt es noch viel nachzubessern. Ich kenne mich gut aus mit den Gepflogenheiten des gemeinen Kloschhams. Ich kann dir einiges beibringen, wenn du mir im Gegenzug ein paar Fragen beantwortest. Aber, 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 aber. Keine Widerworte. Ich bestehe darauf. Ist das da dein Schirm? Hey, Finger weg. Er ist das Einzige, was ich noch habe. Das Wetter hier am Kai kann manchmal ganz schön unbarmherzig sein. Keine Bange, ich nehme ihn dir schon nicht weg. Ich nehme nur ein paar Modifikationen vor. Er sieht einfach noch zu neu aus. Also, findest du. Dabei ist bei dem Gewitter neulich der Blitz eingeschlagen. So, das sollte reichen. Aber, aber so schützt er mich doch gar nicht mehr vor dem Regen. Jetzt sei mal nicht so undankbar. Ich helfe dir nur in deiner Rolle zu bleiben. Oh, je. Oh, je. Ich ernähre mich seit Monaten von Algen, die an der Kaimauer wachsen. Davon blutet zwar mein Zahnfleisch, aber was soll ich denn machen? Ich sehe, du bemühst dich. Aber nur weil es erbärmlich ist, ist es nicht gleich Penner-Style. Also, was essen Penner? Äh, was auch immer sie finden, wie ich fürchte. Äh, falsch. Ich habe letzte Woche sogar den Wundschorf von einem weggeworfenen Pflaster abgeknallt. Äh, eklig. Ich sagte falsch. Penner essen Schuhe. Was? Na, Schuhe, das weiß doch jeder. Anfänger. Äh, Rufus. Da hat zu viel Charlie Chaplin geschaut. Was stinkt denn hier so? Ach, wie unsensibel von mir. Das bist ja du. Findest du nicht, dass du ein wenig übertreibst? Sehr witzig. Du durftest auch nicht gerade nach Orchideen. Hey, schön in der Rolle bleiben, ja? Ein Penner wie du weiß doch gar nicht, was Orchidaleen sind. Also, halt den Ball flach, okay? Wir könnten ein bisschen Freestylen üben. Als Bewohner des Ghettos musst du nur ein Instrument beherrschen. Die Beatbox. Beatbox? Es ist ganz einfach. So. Achu. 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 Und jetzt du. Um. Achu. Um. Achu. Pff. 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 Rufus hat den Groove. Yeah. Er ist cool, beliebt und klassisch, wer kickt erst erfahrungsmäßig. Seine Pläne immer episch, nicht kopierbar, weil genetisch. Er ist Rufus. Yeah. Yeah. Rufus. Wer ist geiler, weil er steiler geht und seit springt wie ein Alperke. Wer kommt krass und ganz weit rum, wer ist bald auf Elysium? Rufus. Yeah. Yeah. Rufus. Pff. 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 Hey. Was? Was? Wie? Was soll das denn werden? Ja, ich dachte, ich baue mal einen Break ein. Das ist nicht Denken, das ist sich in den Vordergrund spielen. Ach, scheinbar hat es überhaupt keinen Sinn, dir Freestylen beibringen zu wollen. Dabei war der Song so gut. Henna. Oh Mann. Hast du zufällig ein Tauchboot hier vorbeikommen sehen? Nein, tut mir leid. Ich habe die Schnorchelausrüstung wohl in meiner Winterresidenz gelassen. Zu schade. Äh, du hast gar keine Winterresidenz. Das war Sarkasmus. Du bist wohl ein Blitzmerker. Okay, nie wieder Sarkasmus. Henna benutzen nämlich keinen Sarkasmus. Mhm. Sure. Kannst du mir etwas über Porta Fisco erzählen? Klar. Was möchtest du wissen? Wer wohnt in dem Zelt? Oh, das ist das Zelt des Seers. Ein erstaunlicher Kerl. Man sagt, er kann die Zukunft voraussagen. Die Kurse von Grundstückswerten am Immobilienmarkt kennt er schon mal nicht. Früher einmal war er ein reicher Mann. Es hieß, er könne sogar Lottozahlen voraussagen. Aber sein Geschäft läuft wohl nicht mehr so gut. Darum hat er auf Partnerberatung umgesattelt. Er gibt Beziehungstipps? Ja, warum nicht? Er hat die idealen Voraussetzungen dafür. Ein abgeschlossenes Psychologiestudium. Eine Glaskugel. Hm. Wie komme ich zur oberen Aufstiegsstation? Äh, gar nicht. Der Organon hat alle Wege zum Aufstiegssoll abgeriegelt. Weißt du, wo ich den geheimen Unterschlupf der Rebellen finde? Äh, na klar. Der Eingang ist direkt hier in der Kanalisation. Ich meinte den geheimen Unterschlupf. Ich, äh, ich kenne nur den hier. Ist Portafisco nicht auch eine Niederlassung des Organon? Es ist sogar die zentrale Hauptverwaltung. Ulysses hat sein Büro direkt am Aufstiegssoll der oberen Aufstiegsstation. Seit jeher gehörte es zu den Aufgaben des Organon, Deponianern von den Hochbooten fernzuhalten. Nun ist nur noch eines übrig. Und man munkelt. Es würde den Planeten schon sehr bald verlassen. Wer weiß. Vielleicht verschwindet dann auch endlich der Organon aus Portafisco. Dann würde ganz Portafisco einen Luftsprung machen. Ja. Mehr als du denkst. Äh, bitte was? Äh, beim Gähnen verrenkt. Hm, so langweilig fand ich die Geschichte jetzt gar nicht. Lass uns das Thema dieser Otten... Ja, ja, mich deprimiert Portafisco schon mein ganzes Leben lang. Ja, aber du bist nicht so wichtig. Warum ist es bei dir weniger schlimm? Och, Gott, Rubus. Ich riech dich später. Denk dran, was ich dir beigebracht habe. Logen, Digga. Hm, okay. Noch ein Tipp. Niemand mag Klugscheiße. Hey, was geht? Ach, du. Na, hallo. Äh, übertreibst du bist ein stinkender Pen. Ah, ja, das. Könnt ich mir den spinnen? Also erst machst du ihn kaputt. Und wenn er kaputt ist, wozu brauchst du ihn dann noch? Als, äh, als Requisit für meine Rolle. Okay. Wie wäre es? Ich besorge dir etwas zu essen und du gibst mir den Schirm. Einverstanden? Das, das würdest du wirklich tun? Na klar. Ich hab dir doch gesagt, dass ich ein Menschenfreund bin. Mhm. Bist du immer noch? Oh, hast du was zu essen? So, gefällst du mir. Immer schön beckeln. Ach, aber ich hab wirklich, wirklich Hunger. Übertreib's nicht. Verinnerliche erst einmal diese Lektion. Wie man einen Schuh isst, erklär ich dir später. Bist du immer noch? Oh, und hast du was? So, gef- Immer schön. Ach, übertreib. Verinnerliche er, wie man einen Schuh isst. Oh. Ich riech dich später. Denk dran, was logen. Niemann. Geh mal einen Hundertschlupf eben. Was für eine Verschwendung. Daraus hätte man einen grandiosen Fluchtapparat bauen können. Oder eine Hochgeschwindigkeits-Käsereibe. Das ist einer dieser praktischen Steckplätze, in die man Stromumkehrer einbauen kann. Mhm. Da haben wir ja den Salat. Der Tank ist leer. Passt. Ja? Ich bin's, Rufus. Bist du nicht. Wenn du Rufus wärst, wüsstest du das geheime Klopfzeichen. Weiß ich ja auch. Und es beginnt mit einem D, richtig? Ah, viel Glück. Falsch. Aber... Falsch! Verdammt! Falsch! Aber... Falsch! Verdammt! Falsch! Oh, warte mal. Falsch. Aber... Falsch. Verdammt. Hm. Ich hätte erwartet, dass Plus Minus Plus vielleicht sowas heißt, wie ich muss einmal mehr klopfen. Also ich muss halt irgendwie... Am Anfang mehr klopfen, dann weniger und dann nochmal mehr klopfen. Das wäre vielleicht zu einfach. Hm. Falsch. Falsch. Verdammt. Plus Minus Plus. 2, 1, 2. Also 2, 1 ist es auf jeden Fall schon mal nicht. 4, 1 ist es auf jeden Fall schon mal. 4, 2, 1. 5, 5, 5, 5. 7, 2, 1. 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10. Falsch! Aber... Falsch! Verdammt! Okay, also seine Antworten werden auch nicht anders, wenn ich am Anfang... Also ich habe jetzt einmal eins, zwei, drei habe ich auch schon geklopft. Falsch! Aber... Verdammt! Okay. Hmm... Hm... Das Ding ist, ich weiß auch nicht, Nein, nevermore, 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 nein, 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 nee, ich wollte hier raus, ob ich das hier noch irgendwie dazu brauche? Komm rein, Rufus, ich habe dich erwartet, sehr gut, mein Ruf eilt mir voraus, aber nicht doch, die Kristallkugel hat mir deine Ankunft verraten und sie weiß sogar, wie ich heiße, tatsächlich hast du im Vorzelt deinen Namen gesungen, Aber egal. Du bist spät dran, Rufus. Ich wurde aufgehalten. Ja, das habe ich ebenfalls vorhergesehen. Was genau genommen keinen Sinn ergibt. Und noch was. Dass du mir die Bananen klauen wirst, werde ich dir sehr übel nehmen. Bist du so eine Art Heldseher? Ich verfüge über das dritte Auge. Ja, aber ich praktiziere nicht mehr. Dann habe ich den Kaffeesatz im Vorraum vollkommen umsonst auf den Teppich geschüttet. Tja, die Zeiten haben sich geändert. Wenn man heutzutage nicht auf einem Scheiterhaufen enden will, tut man gut daran, düstere Vorahnungen für sich zu behalten. Darum habe ich auf Partnerberatung umgesattelt. Bitte was? Du hast vorhergesehen, dass du schlechte Zeiten vorhersehen wirst? Und hast deshalb die Wahrsagerei aufgegeben? Aber nicht doch. Ich habe meinen Job rechtzeitig an den Nagel gehängt. Entsprechend werde ich auch niemals schlechte Zeiten vorhersehen. Und was nicht passieren wird, kann man nicht vorhersehen. Ich habe allerdings vorhergesehen, dass ich aus diesem Grunde meinen Job an den Nagel hängen werde. Irgendwie wünsche ich mich gerade zu Docs Zeitanomalien zurück. What? Trick? Was? Wie krass. Oh, noch welche. Ja, ja. Sechs Stück sind es noch. Aber vielen Dank schon mal für diese Fünfe. Krasser Mensch, du. Vielen Dank dann an dich für fünf Gifted Subs. Herzlich willkommen, Duffenrage. Herzlich willkommen. Anyone, Miss Betty, Yoshi, Bear und Big Rossi bei uns hier eben bei den Zabonenten. Genau, ihr dürft jetzt hier diese coolen Emotes ansetzen. Ich werde sie einfach mal reinwerfen in den Chat. Genau, diese tollen Emotes. Könnt ihr jetzt einsetzen? Zumindest die T1 Emotes. Und, äh, ja. Ja, ich schätze in einer Woche werden wir die, äh, letzten fünf hinkriegen. Hey, Honey Bunny. PGPG. Und da kommt der Letzte noch. Äh. Muss ja schließlich jeder zu deiner Qual, äh, muss ja schließlich zu deiner Qual beitragen, wenn ich kann. Ja, hm, hm. Ich freue mich auch schon so sehr. Yay, meine Qual. Alle haben sie Freude an meiner Qual. Du wirst es dir nicht anschauen. Okay. Also, wenn du willst, kann ich aber einfach den Stream dann lassen. Dann machen wir keinen Horror-Stream. Gar kein Problem. Hm. Kannst du die Lotto-Zahlen vorhersagen? Ich könnte. Ach, komm schon. Verrat mir die Lotto-Zahlen. Nein. Äh, ich bin bei Horror wahrscheinlich auch raus. Kommt drauf an, was genau. Das heißt, alle Leute wollen, dass ich mir ein Horrorspiel antue, aber dann schau dir nicht zu. Welches Spiel es werden wird. Ich überlege gerade Perception. Perception ist so Grusel und so. Und das hatte ich mir vor Ewigkeiten mal gekauft, weil ich es eigentlich mal spielen wollte. Und dann irgendwie kam ich nie dazu. Äh, genau. Ich glaube, das ist 2017 habe ich das gekauft. Oh, vier Jahre. Vor über vier Jahren. Du bist eine blinde Frau, äh, die versucht, irgendwie durch ein Haus durchzulaufen. Das ist das Konzept von Perception. Und das Haus ist gruselig. Ja, so funktioniert das Prinzip Horror-Streams. Dass keiner zuschaut und ich mich alleine dann gruseln soll. Ich bin noch nicht so überzeugt von dem Konzept. Aus irgendeinem Grund sind die Leute empfänglicher für schlechte Neuigkeiten, wenn es um ihre Beziehung geht. Oh je. Was wirst du mir denn für ein Spiel empfehlen? Wird es mir gelingen, die Welt zu retten? Die Zukunft ist noch nicht geschrieben, Rufus. Außer in meinem Tagebuch natürlich. Ich habe nächsten Monat viel zu tun. Da habe ich schon mal etwas vorgearbeitet. Song of Horror. Warte mal, jetzt bin ich mal gespannt. Was sagt denn hier? Was ist die denn dazu? Song of Horror. Ja, dann habe ich vermutlich... Na, wohl, ich habe es nicht gekauft. Also ich... Im Humble Monthly, meinst du? Wenn, dann... Also dann könnte ich es eventuell haben. Okay. A third-person, fixed-camera-survival-horror-adventure. Feel the presence, a mysterious entity you cannot find. Stay alert. Hide. Breathe slowly. Explore cursed places, where unseen spirits and lost souls linger in a true horror story for the ages. Das... Ja, hm. Mhm. Ah, ja. Mhm. Mhm. Tja. Glücklicherweise kann man ja das Wort mehrfach verwenden, Halle Etos. Allein schon bei dem Wort Undying fängt es... Also bei dem Spiel Undying gibt es ja sogar zwei Spiele, die Undying heißen. Deswegen hat man vorhin Discord, der gemeint hat, dass ich Clive Barkers Undying spiele. Und was nicht ganz richtig war. Und was nicht ganz richtig war. Und wie groß ist denn mit dem dritten SpielOak? оть nur sich der schlompf und alles gut befindet. Und ich bin ganz richtig war. Und ich bin ganz richtig, meine du-Krit counselor. Und das ist jetzt so sehr... Und man hat sich noch mal ein fröhnen. Und ich bin ganz richtig, was mir im Leben gesagt. Und dann sehen Sie, dass ich mal einen geflogen. Und ich bin ganz richtig, also... Und ich bin ganz richtig, wie es weiß, es ist noch ein bisschen aber ein bisschen zu einem Ja ja, ich musste mir nur eben mal die Nase pukern und da dachte ich mache mich immer mal ein bisschen muted, damit ihr nicht das Torö-Torö hört. So, mit spannenden Spielmechaniken, warte mal, lass noch mal schauen ob ich das habe, da habe ich das. Ansonsten gibt es im aktuellen Bundle, auch im Ninja Rebirth, haben wir gehört, dass das auch so ein bisschen gruselig sein soll, bei Steam und da ist er geteilt, das heißt, wenn ich jetzt hier nach Song of Horror suche, Song of, ne, ne ich finde hier nur Song of Farce, ist hier das Family Sharing doch wieder ausgegangen, Ne, ich habe da eine Library, ich schaue einfach nachher nochmal nach und dann sehe ich ja, ob ich es habe oder nicht. Egal, wir spielen jetzt erstmal die Ponia weiter. Warum wohnst du in einem Zelt? Meine Kunden erwarten ein mystisches Ambiente. Außerdem ist es praktisch. Im Falle einer Katastrophe kann ich all mein Hab und Gut innerhalb von Minuten zusammenpacken. Äh, was für eine Katastrophe? Ups, ähm, das gewirkte Zeit ist in ständiger Bewegung. Ein Schleier liegt über der Zukunft. Äh, 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 äh. Ungewissheit spielt nackt auf seinen Bongos. Es gibt kein Benzin für Satinavs Kettensäge. Uuuuh, hey, nun lenkt mal nicht ab. Was für eine Katastrophe? Uuuuh, verdammt. Slender Date Pages. Oh ja. Ich will deine Bananen nicht. Du wirst sie mir trotzdem stehlen. Glaub mir. Ich will deine Bananen wirklich nicht. Langweilig. Füge dich dem Unausweichlichen und nimm die Bananen. Es sind leckere, hm, saftige Bananen. Ich will dich nicht länger stören. Ich habe es anders gesehen. Okay, dann nehmen wir erstmal die Bananen. Ah, es ist soweit. Der Zeitpunkt des großen Bananendiebstahls ist gekommen, wie vorhergesehen. Du unterschätzt mich. Ich kann dagegen ankämpfen. Na los. Füge dich deinem Schicksal. Nein. Niemals. Na los. Nimm sie. Greif zu. Nein. Ha, 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 ha. Gut so. Ergib dich deinem Schicksal. Oh Mann. Okay. Kriegt er jetzt Bananen. Der Goon. Keine Sorge Omega. Ich habe jetzt nicht erwartet, dass du OIT Pages schreiben willst. Du siehst hungrig auf. Ah, du, äh, du. Hm, nichts passendes, nein. Aber, aber ist mir auch egal, was es ist. Ich könnte gerade alles essen. Äh, falsch. Äh, wie jetzt falsch? Du kannst eben nicht alles essen. Händer. Was? Nasch-Anfänger. Ah, weißt du, ich dachte, wir können vielleicht mal nicht Arsch-Strim sein. Aber nein. Wir müssen Arsch sein. Diese Reifen sind kaputt und langweilig. Wenn sie wenigstens brennen würden. Ähm. Kegufus. Irgendwo dahinten liegt das letzte... Chill doch mal. Der Organon hat offenbar... Ich würde das ja als... Leider habe ich im Moment... Glück gehabt, Organon. Okay. Kennen wir... Nee, wir können die auch nicht anzünden. Hm. Äh, bis 12 Uhr sollte ich noch da sein. Dann gibts Essen. Essen. Komm schon. Ach, was? Oh, nee. Das ist heute nicht ihr Glückstag, Seagal. Meine Leute haben jeden einzelnen Müllhaufen durchwühlt. Aber von dem Mädchen fehlt jede Spur. Sie war hier. Warum sollte ich sie annehmen? Das weiß ich nicht. Vielleicht leiden sie unter derselben Selbstüberschätzung wie ihr Sohn. Rufus ist nicht mein Sohn. Von mir aus machen sie mit ihm was sie wollen. Aber wir hatten einen Deal. Sie wollten einen Hinweis und den habe ich ihnen gegeben. Was kann ich dafür, wenn ihre Leute unfähig sind? Sie verschwenden meine Zeit. Oh. Und ich kann es nicht ausstehen, wenn jemand meine Zeit verschwendet. Hey du, geht das auch ein bisschen leiser? Du verscheust die Fische. Entschuldigung, wird nicht wieder vorkommen. Ich will jeden Winkel dieses Schrotthaufens noch einmal durchsucht haben. Und verriegelt alle Zugänge zum Hafen. Wenn auch nur eine Ratte hier raus will, will ich das wissen. Ich hätte jetzt ehrlich gesagt erwartet, dass sie ihn auch erschießt. Aber, aber gut. Das waren Argus und seine Spürhunde. Der Organon ist uns also bereits auf den Fersen. Er hat recht, wir müssen vorsichtig sein. Oh ja, die ist irgendwie... Hey, was tust du da? Ich verneige mich vor Neptun. Oder ist er das gar nicht? Was? Äh, wo? Willst du mich veralbern? Veralbern? Beklauen? Irgendwie sowas, ja. Dann, Sophia, schlaf du gut. Träumerschönes und... Bis zum nächsten Mal, ne? Hol dich gut, dann wünsche ich dir ein wunderschönes Wochenende. Wie darf ich schmücken? Na du? Psst, mach... Lass das mal meine Sorge sein. Ich habe keine Angst vor dem Organon. Schön für dich, aber freu dich bitte woanders. Mit deinem Lärm verscheust du die Fische. Du mal nicht so. Du hast auch Angst vor dem Organon. Verschwinde endlich. Ich dachte, du hättest keine Angst. Hab ich ja auch nicht. Und dass der schwimmende Schwarzmarkt angegriffen wird, stört dich also gar nicht? Nicht die Bohne. Der einzige, der mich hier stört, bist du. Wenn du keine Angst hast, warum angelst du da nicht weiter? Warum wohl? Du zitterst am ganzen Körper. Deine Hände sind schwitzig. Wie das halt so ist, wenn man Angst hat. Falsch. Du bist das Problem. Immer wenn du in der Nähe bist, fange ich nur Stiefel. Also zieh Leine. Könntest du ein Stiefel für mich fangen? Willst du mich beleidigen? Wenn sich das herumspricht, könnte ich aus dem Anglerverband fliegen. Ist das gerade deine einzige Sorge? Der Anglerverband? Nein. Du bist ja auch noch da. Ich verschwinde erst, wenn du mir einen Stiefel fängst. Spekulierst du etwa darauf, dass ich die Geduld verliere? Bring mich nicht zum Lachen, du Zappelphilip. Ich bin Angler. Ich habe meinen Zauberwürfel gelöst, indem ich gewartet habe, bis alle Farben verblichen sind. War das eine Herausforderung? Nein. Das war eine Aufforderung zur bedingungslosen Kapitulation. Haha. Da bist du an den Falschen geraten. Ich habe noch niemals aufgegeben. Das werden wir ja sehen. Bevor ich die Geduld verliere, sind deine Füße abgefault. Ich sag, niemand kann es mit. Na du. Ach so. Versch. Och. Vergisse ich mich? Jede Art von. Natürlich. Welchen Schnürsel. Vergiss es. Mist. Du verschwendest, dein Angler lässt sich durch. Du kannst das gar nicht, oder? Nicht solange du hier stehst. Wenn du noch eine Pupille brauchst, sag Bescheid. Du kannst jederzeit einen Angelhaken ins Auge bekommen. Komm schon. Selbst wenn ich, obwohl du ständig da bringst, solange du hier stehst. Ich versch. Ich versch. Spekulierst du? Erbring mich nicht. Ich hab mal. War das eine? Nein. Haha. Ich habe das werden, bevor ich. Okay. Ich glaub wir warten jetzt einfach hier. Warten wir jetzt hier wirklich? Muss das wirklich sein, Rufus? Halt dich da raus. Das hier ist wichtig. Oh Himmel. Wir warten hier wirklich. Und, wie geht's euch so? Ich hoffe doch wunderbar. Komm schon, Rufus. Mir ist kalt. Niemals. Ach ja. Und was macht ihr so dieses Wochenende? Bitte, Rufus. Ich friere. Lass uns gehen. Hörst du? Die Mädchen ist kalt. Netter Versuch, Kumpel. Eigentlich wolltest du ja grad weg. Oh. Aber jetzt wartest du uns auch noch mit hier. Oh, hier war noch nichts. Rufus. Ich hol mir hier den Tod. Ein Klabautermann. Jetzt erlöse das Mädchen doch endlich. Sie trägt ja nur einen Pyjama. Heul doch. Morgens Helferessen. Bei was denn? Rufus. Bitte. Okay. Okay. Ich geb auf. Ich kann mir das nicht länger mit ansehen. Hier hast du deinen blöden Stiefel. Ich hoffe, das war es wert. Hehehe. Hehehe. Siehst du, Goal? Ich habe gewonnen. Ein kaputter Stiefel. Da staunst du, was? Mein Held. Mhm. Yay. Warum steht der Napf hier draußen, wenn die Katze drinnen eingesperrt ist? Entweder hier lebt jemand seinen Sadismus aus, oder aber die Katze kennt einen geheimen Weg nach draußen. Wie über das? Guck. Komm. Komm. Ja. Schau mal, was ich hier Feines habe. Hm. die Katze scheint sich hier für nicht zu interessieren. Wahrscheinlich ist sie nur Thunfisch. Verwöhntes Biest. Ich finde sie süß. So klein. Und so weich. Du bist weich. Besonders in der Birne. Ja, das wussten wir vorher alle schon. So. Bananen. Komm, schau. Hm. Die Katze. Wahrscheinlich ist sie nur tunverwöhnt. Ich finde so. Du bist weich. Besonders. Stuh. Die Katzen sind zwar aber irgendwie bezweifelt. Okay. Okay. Dann gehen wir jetzt hier aber nach Porta Fisco. Und geben wir hier dem Goon seinen Schuh. Ich glaube, ich hätte da etwas zu essen für dich. Wirklich? Wow. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Nicht so schnell. Ich schlage einen Tausch vor. Ich gebe dir das Essen und du gibst mir deinen Schirm. Ich weiß nicht. Er ist das Einzige, was ich noch besitze. Lecker essen. Ach, na gut. Einverstanden. Hey. Hey, Moment mal. Das ist ja nur ein kaputter Schuh. Genau. Das adäquate Lebensmittel für einen Tramp wie dich. Was? Aber das ist doch... Bedank dich später. Guten Appetit. Daumen. Daumen. Du lernst aber einmal Jo. Du gehörst ja zu keiner Gang oder so. Dein Schirm funktioniert nicht. Natürlich nicht. Du hast ihn auch selbst kaputt gemacht. Das meine ich nicht. Du hast doch gesagt, er sei ein Blitzmagnet. Tja, toll. Bei mir hat's funktioniert. Ja, ja, ich hab's verstanden. Du bist eben ein echter Glückspilz. Aber warum funktioniert es bei mir nicht? Warum willst du denn von Blitz getroffen werden? Nicht ich, meine Freundin. Hmm, das leuchtet natürlich ein, ja. Ich richtig eng, Logan, nie. Oké, ehm... Eh, heh. Ging, ging wel... Of nog die Lobacht. Achso, ja. Warte mal. Bananen im Auspuff. Aha! Der gute alte Banane im Auspuff-Trick. Hier gibt's einen Tabber ohne Hilfs... Komme ich da nicht raus? Hilft denn irgendwie der Schlau? Damit sollte ich mir etwas vom... Krrrrrrk... Krrrrk... 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 Lecker! Und jetzt... ...sollte ich mich beeilen, ein adäquates Gefäß zu finden. Es läuft ja schon alles ins Meer. Krrrrk... Äh... Ja... Ähm... Nee, ist nicht. Aus dem Hahn kommt nur öliges Wasser. Na super! Das ist der perfekte Platz oder vom Blitz, aber es ist ein denkbar dämlicher Pl... Okay, ich brauch immer noch ein Behältnis. Ich hab einen Plan. Tja, was spräche fehlt nur noch, dass du mir... ...oder mir ein Regen sch... Ufo... Na... Mom, du planst doch n... Okay... So... Nee... Moment... Zu spät... Mist... Hey, go... Alles gut... Last... Keine so hört an... Weiter geht! Ich hoff... B-B-Baby Goal! Was soll das denn? Das ist mein neuer Jingle! Fehlt ein wenig Bass, wenn du mich fragst. Hey, Goal! Alles gut bei dir? Nicht wirklich! Ich habe Angst vor Gewitter! Ich bin ja bei dir! Ich habe einen Plan! Kannst du dich kurz da drüben auf das Plateau stellen? Na klar! Und jetzt? Hm... Irgendwie bringt es das noch nicht! Komm erst mal wieder runter! Okidoki! Ja, ja... Weiter geht! Ich folge... Leider... Kein... Haben wir auch kein Behältnis... Ich habe einen... Na klar! Und jetzt? Hm... Irgendwie bringt es das noch nicht! Komm erst mal wieder runter! Okidoki! Ja... Wir brauchen erst irgendwie... Erste... Warte mal... Keine will... Hm... Alles klar, Schiffsteuermann? Eigentlich ist Captain die korrekte Bezeichnung. Über deine Beförderung können wir später reden. Erst mal habe ich ein paar Fragen. Was ist das hier für eine Insel? Der Name ist Isla Obacht, aber die Seeleute nennen sie das Höllenloch. Klingt aufregend. Ach, das täuscht. Eigentlich ist die Insel nur ein weiterer Haufen Schrott, der aus dem Meer ragt. Sie ist nur auf der Karte, weil es hier immer Unwetter gibt, die man weiträumig umfahren sollte. Also, beeilt euch besser mit eurem Funkmast. Das Letzte, was wir jetzt brauchen, ist eine Havarie. Pff, das ist vielleicht das Letzte, was du brauchst. Das Letzte, was ich brauche, ist rote Beete und Belehrungen. Hm, hm. Darf ich mal fahren? Hm, weiß nicht. Darf ich dann wie ein Verrückter herumlaufen und uns in Katastrophen verwickeln? Ja. War das ein Ja? Das war ein Verzieh dich. Kann die Kiste nicht schneller fahren? So holen wir Donner Goal nie ein. Red nicht so über mein Kutter. Er ist eines der zuverlässigsten Frachtschiffe auf dem rostroten Meer. Er macht von außen zwar nicht viel her, aber... Aber ach, seine inneren Werte. Sorry, Bozo. Aber ich war oft genug dabei, wenn Toni versucht hat, ihre Cousinen an den Mann zu bringen. Ich höre sofort raus, wenn die Rede von einer lahmen Krücke ist. Sie ist aber keine lahme Krücke. Sie hat nur schwere Knochen. Was bringt das schnellste Schiff, wenn wir gar nicht wissen, wo sich das Ziel befindet? Lenkt nicht ab. Demselben Spruch haben wir Dörte Marie und Besenstiel Budwin verkuppelt. Es dauerte keinen Monat und wir nannten ihn nur noch Staubsaugerrohr Budwin. Wie geht es jetzt weiter? Ich denke, Goal hat recht. Wir sollten erst einmal in Porta Fisco vorbeischauen. Ich weiß nicht. Dieser Janosch wollte auch dorthin. Ist doch gut. Vielleicht kann er uns helfen. Wobei das denn? Ist die Sitzmulde in deinem Stuhl nicht breit genug? Oder brauchst du jemanden, der dir Chips krümeln nach Geschmacksrichtungen sortiert? Ich unterschätze ihn nicht. In Zeiten wie diesen wachsen Menschen über sich hinaus. Und er hat offenbar bei der Hose angefangen. Zurück an... Bitte was? Das grenzt ja an Molkerei. Meuter. Es heißt Meuterei. Konzentrier dich Matrose. Wir dürfen nicht zulassen, dass eine Frau an Bord unseren Verstand vernippelt. Ja, bloß nicht. Wo kämen wir da hin, wenn die das vernippeln würde? Ähm... Tja. Und Trick. Ich weiß nicht, was er gegen rote Beete hat. Vermutlich nichts effizienter ist. Ansonsten gäbe es keine rote Beete mehr. Das ähm... Naja. Ich glaube mir schon so ein bisschen... Mist, ein Wunder... Ja, irgendwie der Nordpol ist irgendwie auch nicht mehr das, was er mal war. Und es scheint mir aber, dass wir tatsächlich dieses Klopf... Aber warte mal. Wir haben ein Brenn, das fast. Das erinnert mich an meinen grandiosen Trick mit der Gulaschkanone. Ich finde ja immer spannend, dass wir das immer noch Eis haben. Aber ja, wir bräuchten mal hier so ne Schüssel. Hey, go! Alles gut. Und wie? Ist es nicht wunderschön hier? Oh, naja. Wenn man Elend mag. Ich find's toll. Sagte die Frau mit dem Gehirnschaden. Dann schlaf gut, Nick. Traumerschönes. Was stinkt hier eigentlich so? Ich hoffe, das bin nicht ich. Nein. Ich glaube, es kommt von dem Typ da drüben. Lieb von dir. Aber ich muss furchtbar riechen. Ich hab mir heute noch nicht mal die Zähne geputzt. Wenn man das nicht dreimal täglich macht, bilden sich Bakterien im Mund. Genau. Und am Wochenende treffen sie sich mit dem Yeti und füllen süchtig machende Substanzen in Klebstoff. Aber es sind süchtig machende Substanzen im Klebstoff. Arme Goal. Arme naive Goal. Kommst du mit zum Wahrsager? Ja? Er wohnt in dem Zelt da oben. Ein Wahrsager? Boah! Worauf warten wir noch? Wer als erstes da ist? Nächstes Jahr schon? So ist es vorherbestimmt. Es kommt von der Mütze. Auch Haarwurzeln müssen atmen. Weißt du? Oh, da kommt er. Worüber habt ihr gesprochen? Äh, nichts. Fangen wir doch am besten gleich an. Also, was wollt ihr wissen? Ähm. Werde ich verhindern, dass Goal Cletus heiratet? Was denn? Ihr seid gar kein Paar? Das hier ist eine Partnerberatung. Ich beantworte nur Fragen, die sich auf eure Partnerschaft beziehen. Ach ja. Lass mich das umformulieren. Wie sieht unsere gemeinsame Zukunft aus? Hm, knifflig. Ich werde am besten die Kugel befragen. Ich sehe, dass noch ein langer, beschwerlicher Weg vor euch liegt. Vor uns? Meinst du nicht vielleicht hinter uns? Hältst du die Kugel überhaupt richtig rum? Ähm. Ich glaube schon. Immerhin ist hier so ein Pfeil auf der Unterseite. This side up. Hier steht's. Ach, komm schon, Rufus. Dann liegt halt noch ein langer Weg vor uns. Ist doch toll, solange wir beieinander sind. Werden wir Donna Goal rechtzeitig finden? Ich verstehe nicht. Lass mich das umformulieren. Kommen. Eine gute... Ich sehe große Zerrissenheit in euch. Bevor ihr zusammenfindet, muss jeder von euch beiden erst einmal mit sich selbst ins Reine kommen. Wow. Hast du mal darüber nachgedacht, bestickte Kissen zu verkaufen? Wie wie ein bestimmter Renner. Ähm. Werden wir alle... Lass mich das... Ähm. Wie sieht es in Zukunft mit unserer Gesundheit aus? Ich sehe... Oh je, Mene. Das ist ja furchtbar. Kann man sowas überhaupt überleben? Was? Was siehst du denn da? Oh, das willst du gar nicht wissen. Glaubt mir. Ich muss euch dringend raten, euch so weit wie möglich voneinander fernzuhalten. Niemals. Wir werden immer füreinander da sein. Nicht wahr, Rufus? Oh je. Was wird aus Deponia? Ich verstehe nicht, was das mit eurer Beziehung zu tun. Ja, ja, ja. Lass mich das... Wo werden wir zusammen alt werden? Auf Elysium? Nun, das sollte einfach zu beantworten sein. Ich sehe... Nanu? Was ist denn jetzt los? Die Kugel ist auf einmal ganz dunkel geworden. Sehr seltsam. Hihihi. Das liegt bestimmt daran, dass die Kugel nicht jugendfreie Szenen zensiert. Oder wir machen gerade einen Nachtspaziergang. Auf jeden Fall ist das ein gutes Zeichen. Da bin ich mir sicher. Mhm. Sure. Wie sind die Lottozahlen von dieser Woche? Ich verstehe nicht... Lass mich das... Werden wir reich sein? So Lotto-Gewinn reich? Das ist doch ein Trick, oder? Aber na gut, ich guck mal, ob ich etwas in der Kugel erkennen kann. Ich sehe, dass ihr reich werdet. Ja, ich wusste es. Ja, ich wusste es. Reich an Erfahrung. Worausgesetzt, ihr überlebt das alles hier. Was kann man sich mehr wünschen? Ein Hinweis auf die Lottozahlen vielleicht. Mehr verrät die Kugel aber nicht. Das ist doch alles Reibach. Ich fürchte nicht. Hier. Du kannst dich gerne noch einmal davon überzeugen. Eine Sache hat er nicht vorhergesehen. Nämlich, welche Folgen es haben würde, Hüte zu tragen. Äh... Kann man... Kann man irgendwas... Ich glaub's dir ja. Lass uns weiter... Ja... Okay, man kann... Lasst uns die Sitzung beenden. Kommt wieder, wenn ihr... Also man kann auch irgendwas mit dieser Kugel machen. Ähm... Man wird vermutlich den Kreis umdrehen können. Die Frage ist nur wann, wie und äh... Naja, und gibt es einen Unterschied zwischen Krawallgold und Babygold? Babygold? Oh... Hab ich was ver... Hm... Ähm... Weißt du noch, wie ich dich vor dem Drachen beschützt habe? Lass mich das umformulieren. Hab ich etwas verpasst, das sich nicht lediglich in deinem Kopf abgespielt hat? Hä? Wo denn sonst? Hey! Alles G... Kommst du mit? Er wohnt in dem Z... Oh ne... Warum sollte ich mir von einem dahergelaufenen Möchtegern sagen... Ich glaub ja auch nicht an... Ich meinte eigentlich dich. Oh... Weiter geht's. Ich hoffe du... Oh je, oh je. Das heißt wir müssen jetzt dieses Klopfrätsel lösen. Ah... Plus, Minus, Plus. Was kann das heißen? Ah... Plus, Minus, Plus... Also ich meine, wenn wir Striche zählen, dann wäre das irgendwie zum Beispiel, oder warte, ist es, ist es, viermal, und dann, einmal, ne, auch nicht, ne, ist es, viermal und dann, ne, zweimal, aber, okay, wie viele Version haben wir denn von wie viel wir klopfen können? Wait, der hat 1 zu 3 geklopft? Hä? Okay, was, ich habe einmal geklopft, ich habe zweimal geklopft, dann klopft wieder dreimal, dann klopfe ich viermal, oder klopfe ich zweimal? Aber, okay, 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 ich weiß es. Das, äh, 1 plus 2 ergibt 3, und danach muss ich 3 minus 2, das ist 1, ach, das heißt, ich muss jetzt hier. Falsch, ne? Aber, verdammt! Äh, hä, was? Aber, ich, 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 ich weiß gar nicht mehr, was ich geklopft habe. Also, einmal, klopfen, zwei. Achso, warte, er hat, er hat, ich habe die Antwort nicht mitbekommen. Drei. Okay, okay, ich habe jetzt, der hat 1 geklopft. Ich habe, er hat, er hat, er hat geantwortet mit 1, darauf habe ich zweimal geklopft. Äh, 1 plus 1 ist 2. Und darauf hat er mit 3 geantwortet. Warte, warum hat er mit 3 geantwortet? Wait, what? Ich habe hier keinen fucking Zettel. Warte, wir fangen jetzt nochmal von vorne an. Also, also, ich klopfe einmal. Genau, er klopft nochmal einmal. Er klopft auch einmal. Hier, also. Ja, aber 0 mal klopfen kann ich nicht. Ähm. Das heißt, ich klopfe einmal. Also. Ich mache 1, er macht 1, ich mache 2. Weil 1 plus 1 ist 2. 2 plus. Ach, 3 sind. Warte. Genau, minus 1 kann ich auch nicht machen. Muss ich dann. Klopfe ich einfach zweimal. Dann, genau, wenn ich zweimal mache. Warte, 1. Dann könnte ich jetzt dreimal klopfen. Dann klopft er jetzt auch dreimal. Achso, ja, das ist auch noch blöd, warte. Das heißt, ich muss am Anfang dreimal klopfen. 1, 2, 3. Dann, genau. Dann klopfe ich nämlich jetzt viermal. Vier. Dann klopfe ich nämlich jetzt einmal. Weil das kann man wieder subtrahieren. Und das war jetzt, glaube ich, vier. Das heißt... Hey, das war ja tatsächlich richtig. Natürlich war das richtig, du Morschbirne. Rufus, bist du das etwa? Was machst du denn da draußen? Tja, wenn ich das wüsste. Vielleicht klopfe ich einfach gerne. Komm rein. Janosch wartet auf dich. So. Üff. Das ist ja nicht nur schlecht, was du hier aufgebaut hast. Ja, die Rekordierung läuft hervorragend. Ich glaube, ich habe mein Charisma unterschätzt. Oder die Tatsache, dass sich niemand gerne in die Luft sprengen lässt. Tony, du? Rufus? Ah, ihr kennt euch bereits. Nummer 26. Das hier ist Nummer 2. Unser spiritueller Anwührer. Rufus ist Nummer 2? Das kann nur ein Witz sein. Genau. Warum bin ich nur Nummer 2? Wir haben inzwischen mehr als 25 Leute für unsere Sache gewinnen können. Also 26. Genau. Da sind allerdings auch die drei abgerichteten Delfine schon mitgeschält. Also beschwert du dich noch einmal über deine Nummer. Er richtet Delfine ab? Das ist mein Job hier. Was dagegen? Es schien Torpedo Delfine. Okay. Dass unter Tonis Obhut selbst niedliche Delfine zu blutrünstigen Mordwaffen werden, leuchtet mir ein. Aber wozu das Ganze? Was nutzen abgerichtete Delfine bei dem Versuch, einen Fahrstuhl in den Orbit zu kapern? Man muss halt nehmen, was man kriegen kann. Was offenbar insbesondere für spirituelle Anführer gilt. Zuerst wollten wir Flugdrachen haben, aber das hat sich als fataler Wildschlag erwiesen. Ich hab's Nummer 27 von Anfang an gesagt, aber er wollte einfach nicht hören. So, was mir hier wieder mal auffällt, ist ja, dass die Menschen, die Toni gezeichnet haben, schon... Und ja, der kleine Pool hier vorne ist auch sehr, sehr niedlich. Vor allem, weil dieses Planschbecken auch ein Schnabeltees. Ja, ne, das ist... Wer die auch immer gezeichnet hat. Hat's gedacht so... Oh, cool. Hoffentlich cosplayt das jemand. Wo haben sie nur so schnell diese Uniformen herbekommen? Ihr habt sogar eine Küche? Na klar. Wir müssen doch irgendwie unsere Drogen verblegen. Wow, das ist... mehr als ich dir zugetraut hätte. Was denkst du denn? Wir machen hier ja kein Kinderkram. Will dein neuer Freund auch einen Orangensaft, Janosch? Nicht jetzt, Mama! Du meinst, der Trick... Du meinst, der Witz ist, dass... da so eine Bombshell rumläuft und er die ganze Zeit nur an ihr rummeckert, dass sie scheiße ist. Meinst du das? Äh, hallo? Oh, hallo! Noch ein neues Gesicht. Bist du auch einer von Janosch kleinen Freunden? Dann schlaft du gut, Trick. Und bis zum nächsten Mal. Hören Sie mal, ich bin der Anführer einer Rebellion gegen den Organon. Natürlich bist du das. Möchte unser trafbarer Anführer denn auch einen Orangensaft? Äh, vielleicht auch später. Haben Sie zufällig etwas Katzenfutter? Leider nein, mein Junge. Ich wollte vorhin etwas zubereiten. Aber die nette junge Dame hat mich darauf hingewiesen, dass die jungen Delfine nichts zu den Vorräten zählen. Welche nette junge Dame denn? Oh nein. Die Delfinbabys haben ihr Becken direkt neben der Durchreiche zur Kantine? Ist das nicht ein bisschen riskant? Ich konnte ja nicht wissen, dass du hier auftauchst. Aus Delfinbabys macht man doch Katzenfutter, oder? Wenn den Kleinen etwas passiert, dann töte ich dich. Ich meine es ernst. Ich töte dich. Das war kein Nein. Nun ja, ob wir am nächsten Freitag süße Delfinbabys in den Mixer reinwerfen, um Katzenfutter herzustellen, das sehen wir dann wohl nächste Woche. Nächste Woche sehen wir das gar nicht. Nächste Woche kann ich gerne... Nächste Woche stream ich gar nicht am Freitag. Also jedenfalls kein Deponia. Dann gibt es vielleicht einen Stream auf dem Discord. Es gibt in diesem Screen eine Option zu sterben. Durch Toni... Kann Toni mich umbringen? Das würde mich gar nicht wundern, tatsächlich. Ach, wie witzig. Da oben ist ja auch Liebold. Können wir mal mit Liebold reden? Der... Vielleicht müssen wir auch erst nach hinten, um mit Liebold zu reden. Ich will mal wissen, wie er auf uns reagiert, nachdem wir ihn so abgeknutscht haben. Mehr sagst du nicht. Aber ja. Genau, am nächsten Freitag gibt es vermutlich einen Stream dann auf dem Discord. Da schauen wir uns dann ganz, ganz viele Not Safe for Work Titel an, die ich nicht auf Twitch streamen kann. Und ich dachte so, ah, aber wäre doch bestimmt witzig, die zu streamen. Und, äh, genau. Warte, mal wieder einmal, damit die Musik nicht so ablenkend ist. Perfekt, heimlich. Genau. Dann sag ich jetzt mal, gute Nacht. Träumt was schönes. Schlaft schön. Und, ähm, genau. Wir sehen uns dann am Montag wieder. Ähm, für den nächsten Stream. Da gibt es ja wieder neue Indie Games. Äh, ich kann mal kurz reinschauen, was es denn so gibt. Was gibt es denn? Das ist immer eine gute Frage. Ich vergesse das nämlich immer. Ähm, was gibt es jetzt? Wings und Knoblauch-Baguette. Ich freue mich schon drauf. Genau, am Montag gibt es auf jeden Fall Shelter 2. Ähm, womöglich auch Juggler's Tale. Und vielleicht noch andere Spiele, die ich jetzt noch nicht verraten werde. Weil, ähm, vielleicht ist es noch ungeplant oder so. Kommst du genau richtig zum Arschstrahlen, hast du richtig... Perfektes Timing, Dave. Hast du alles richtig gemacht. Yay! Dann, äh, warte, Taggy. Vielen Dank für deinen Follow und herzlich willkommen bei uns hier im GameLab. Schön, dass du dabei bist. Ähm, ja. Montag geht's weiter. Leider hau ich dir jetzt vorbei. Ähm, ich würde jetzt mal den Executor raiden, glaube ich. Oder? Ja, komm. Den, den raiden wir jetzt mal. Der spielt noch eine Runde Smite. Schaut da gerne zu. Sag dem Hallo. Dem lieben Menschen. Und dann sehen wir uns am Montag wieder, wie gesagt. Und am Mittwoch gibt es wieder Smite. Und ich muss ja sagen, irgendwie gerade fallen meine Haare ganz gut eigentlich. Also... Ja, das ist gut aus. Genau. Dankeschön. Dankeschön. Es ist seltsam, das über mich selber zu sagen. Dass ich gerade denke so, boah, würde ich, würde ich schon sagen, sieht gut aus. Das ist nämlich seltsam. Okay, das können auch alle anderen zu dir sagen, dass du gut aussiehst. Nein, bitte nicht. Nervt ihr nicht auf, dass er voll gut aussieht? Okay, ich mache jetzt den Stream aus. Schlapp gut, räum mal schönes. Bis zum nächsten Mal. Kommt mit zum Raid und sagt noch Hallo. Und Hallo, Teggy. Willkommen bei uns hier im Game Lab. Es ist halt immer so ein Ding, wo du denkst, so... Ähm... Hä? Hä? Okay, cool. Okay. What the fuck? Okay. Vielen Dank.